Jetzt machen wir Nachhaltigkeit, bedeutet, wir retten jetzt die Welt und weil es Investments sind, wären wir dabei noch irrereich. Also am besten so, weißt du, wir investieren jetzt und das ist dann ganz nachhaltig und die Welt wird immer besser und wir machen noch mehr Rendite, als wir vorher gemacht haben. Dann stelle ich immer die Frage, ja, wenn das möglich wäre, die Welt zu retten und dabei irrereich zu werden, warum haben wir sie dann nicht schon längst gerettet? Ich bin Ben und in dieser Folge ungeskriptet habe ich bei mir Christian. Christian ist Professor für Sustainable Finance, also quasi Finanzanlagen ins Klima, also Klimaanlagen. Sorry für den Dad-Joke. Christian sagt, dass Geld die Welt retten kann oder sogar muss und dass du mit deinem Geld die Welt retten kannst, während du gleichzeitig Rendite machst, also ein bisschen reich wirst. Ob das so funktioniert, wie das funktioniert, was sind die Vorteile, Nachteile? Jetzt ungeskriptet mit Professor Christian Klein. Du hast einen schwarzen Gürtel in Taekwondo. Wie lange hast du Taekwondo trainiert oder gekämpft? Ich habe als 14-Jähriger oder 15-Jähriger angefangen, dann 20 Jahre aufgehört, dann bin ich mit meinen Söhnen wieder angefangen. Dann haben die irgendwann aufgehört, ich habe weitergemacht, also insgesamt schwer zu sagen, wie lange ich das gemacht habe. Dann wieder ausgesetzt, wieder angefangen, habe zwischendrin auch mal geboxt und so. Klaus, das heißt, du bist richtig gefährlich? Ich bin, ich bin, ja, ja, du solltest schon Respekt haben. Ja, habe ich auf jeden Fall. Ich kann aufpassen, ich kann auch auf andere aufpassen, auf mich und andere aufpassen, finde ich wichtig. Die Frage unter Kämpfern ist ja immer, was wiegst du? Ich glaube, zu viel. Also wieso, wie meinst du jetzt? Genau, in der MMA- und Kickboxer-Welt ist natürlich Gewichtsklasse sozusagen relevant. Von daher. MMA fange ich gerade an. Ah, fängst gerade an, okay. Ja, weil mein Sohn will das machen, der ist 15 und ganz harmlos und groß und dünn und jetzt plötzlich kommt er und will MMA machen. Oh krass. Dann denke ich mir als Vater natürlich, ja klar, komm, dann schauen wir uns das mal an. Wir waren aber erst einmal beim Training, ich kann noch nicht so viel erzählen, außer dass ich mir gedacht habe, oh, ich kann schon einiges. Er war beeindruckt. Was der alte Sack, der alte Sack, der alte Sack, so kann. Ja, krass. Das heißt, dann ist das ein MMA-Gym, die dann so MMA-Training als Ganzes geben oder nach Disziplin? Da gibt es ja eben Striking und... Das weiß ich nicht. Also, so wie ich MMA verstehe, brauchst du eigentlich mindestens zwei traditionelle Kampfsportarten. Eine stehen, eine auf dem Boden. Und was die machen, die machen, wie heißt das, das israelische, das ganz fiese... Äh, Krav Maga. Krav Maga machen die, genau. Und dann, glaube ich, das BJJ oder sowas noch am Boden. Die machen Krav Maga, weil Krav Maga ist ja normalerweise, so wie ich das Krav Maga verstehe, geht halt zum Kehlkopf. Genau, das ist nur Töten. Das ist nur Töten, das ist halt eher unsportlich, würde man sagen. Da stellen sich bei mir alle, weißt du, so mit Sackschutz und so weiter und reintreten, stellen sich alle Nacken. Also genau das, was du beim Taekwondo auf keinen Fall machst, machst du da explizit. Beim Taekwondo darf man auch nicht mit den Händen zum Kopf schlagen, richtig? Also, was ich mache, ist, traditionell ist es sogar völlig ohne Kontakt. Okay. Also, gegen den Kopf schlägst du sowieso nicht mit den Händen. Das ist viel Kikse und dann bremst du auf die letzten Zentimeter ab. Oder halt auch manchmal nicht. Manchmal blitzt es, ja. Ja, krass. Das hast du früher gemacht, aber heute bist du Professor für Finanzen. Ich mache das schon immer noch. Also, ich mache das parallel. Man braucht ja mehrere Standbeine, ja. Das heißt, wenn das mit dem Professor sein nichts wird oder irgendwann mal aufhört, das ist ja schon was geworden, dann wirst du professioneller Kämpfer. Nee, das werde ich in diesem Leben nicht mehr professioneller Kämpfer. Aber ich finde es, wie gesagt, gut, wenn du, also, ja, wenn du keine Angst oder glaubst, keine Angst haben zu müssen. Wenn es irgendwie dunkel ist in Berlin und ich bin abends noch unterwegs, ist mir das tatsächlich relativ egal. Ja, ist gut. Das können nur wenige von sich sagen, dass die innerlich, man will ja immer innere Ruhe haben. Und die Frage ist halt, wie kannst du innerlich unruhig sein oder wie kannst du innerlich ruhig sein, wenn jeder Otto an der Ecke dich einfach auf links drehen kann. Genau, aber es ist ja eine self-fulfilling prophecy. Das heißt, wenn du was kannst und der Überzeugung bist, dass dir nichts passiert, dann hast du auch dieses Opferding nicht, dann passiert dir nichts. Also, das ist so meine Erfahrung. Und wenn doch mal irgendeine Situation ist und du stehst selbstbewusst da, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es gut ausgeht. Weil eben, es ist schon dieses Opferding, das immer durchschlägt. Warst du mal in so einer Straßenkampf-Situation, hast du mal irgendwen umgehauen? Du meinst so in meiner Jugend und so? Ja, irgendwann in deinem Leben. Ich war schon mal in Situationen, die, ja, das ist richtig. Du warst schon, kannst du mir erzählen? Ich war halt früher, ich war ja damals als Student viel unterwegs. Ich habe Musik gemacht, war dann auch viel in Clubs und so weiter. Und bin dann auch mal, ich habe mal aus einem Club, in dem ich auch gearbeitet habe, gekellnert habe, habe ich mal so ganz typisch so zwei wahrscheinlich russische, große Männer rausgeschmissen. Und das war tatsächlich ein bisschen brenzlig, aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Es ist aber niemand ins Krankenhaus gekommen oder doch? Weiß ich nicht. Also sie sind danach noch gelaufen, die Polizei ist hinterher und der eine Polizist hat gemeint, dass einer von den beiden nicht mehr so gut ausgeguckt hätte. Okay, aber das sind jetzt doch, sind wir bei einem ganz anderen Thema. Bei einem ganz anderen Thema, ja, guck mal, da habe ich dir eine kleine Falle gestellt. Ja, überhaupt nicht Falle, aber wir haben uns ja gerade kurz vorher vor der Tür getroffen. Läuft das schon? Ja, also wir können einen fliegenden Start machen. Also du kannst, ich würde, also ich habe das, ich schalte das immer an und dann gucken wir, was passiert. Ach was? Echt? Manchmal ist das dann, also ich finde das spannend. Ich würde sagen, wir sind drin. Okay. Aber dann genau, dann kannst du Haltung annehmen. Ab jetzt, Feind hört mit. Ja, wer ist schon der Feind? Ich glaube nicht, gibt es den Feind so wirklich oder ist nicht eigentlich man selbst, das ist eine komplizierte Geschichte, aber lass uns mal das Thema Finance sozusagen. Du bist heute einer der bekanntesten Professoren für Sustainable Finance. Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Also meinst du, dass ich bekannt wurde oder dass ich, nein, du meinst, dass ich Professor Du hättest ja auch Mauerer werden können oder Tischler oder keine Ahnung, Banker oder sonst was. Also wie ich Professor wurde, das ist tatsächlich nochmal eine ganz andere Geschichte, aber wie ich Sustainable Finance Professor wurde, das kann ich, fangen wir doch mal so an. Also ich habe in Augsburg selber studiert, BWL, dann habe ich da auch promoviert am Lehrstuhl für Statistik. Auch eine lustige Geschichte, wie ich da gelandet bin. Aber letztendlich war es eben so, dass ein guter Freund damals, der da auch promoviert hat, quasi der Postdoc, der sich mir angenommen hat, Gregor Dorfleitner aus Regensburg, inzwischen auch Professor für Sustainable Finance, hat dann damals zu mir gesagt, also wir machen hier Statistik und er hätte einen Tipp für mich, es gibt etwas, was dann dauernd Daten produziert und das sind die Kapitalmärkte. Und so bin ich zum Finance gekommen, also einfach nur so habe Methode, suche Anwendung und dann habe ich angefangen mit diesen Daten rumzuspielen und plötzlich habe ich in Finance promoviert. Und dann war ich auf dieser Karriere-Schiene, habe dann in Hohenheim Stuttgart habilitiert und als ich dann schließlich den Ruf nach Kassel bekommen habe, war ich verbeamtet und habe mir überlegt, was machst du jetzt und ich hatte so den Wunsch, ja was Vernünftiges zu machen. Also ich habe ja nach Zählweise drei bis fünf Kinder. Was heißt das je nach Zählweise? Ich habe drei Söhne, drei leibliche Söhne und meine... Und die Mädchen zählen nur halb, meinst du? Die Mädchen zählen voll, aber es sind nicht meine leiblichen Kinder, aber weil sie halbweisend sind, also ist das nochmal eine ganz andere Verbindung. Und das liegt mir schon am Herzen, also ich bin über hundertprozentiger Vater und ich mache mir schon viel Gedanken über die Zukunft unserer Kinder. Ich meine, du bist ja auch eine Generation unter mir, also über deine Zukunft mache ich mir auch Gedanken. Es freut mich, dass du dich über meine Zukunft sorgst, genauso wie meine Mama. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 50. Du bist 50, krass. Du wirkst deutlich jünger, wenn du so sagst. Das ist aber nett. Also als du gerade gesagt hast, dass ich eine Generation unter dir sei, wollte ich dich quasi korrigieren und sagen, nein, wir sind die gleiche Generation, das war mein Ziel dahinter und deswegen krass, dass du 50 bist. Ich bin 50, meine großen Söhne sind Zwillinge sind 21, also das ist schon... Schon erwachsen, kann ich mal sagen. Das ist definitiv erwachsen und groß, das ist noch ein Kopf größer als ich und so. Das ist der kleine Papa, steht da immer dazwischen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau, genau. Und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Ich würde gern irgendwas für die Zukunft machen. Also dazu bin ich auf dieses Nachhaltigkeitsthema gekommen und ich kann ja nur Finance, ich habe ja nichts anderes gelernt. Ja, du hast Zahlen gelernt, das ist ja was anderes. Zahlen, ja, ja, aber dann, was ich mache ist Finance, also Kapitalmärkte, Geldanlagen und so weiter. Und das war dann die Kombination aus Nachhaltigkeit und Kapitalmarkt, Nachhaltigkeit und Geldanlage. Das war etwas, was mich interessiert hat und ich habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und das war damals eine, also vor über zehn Jahren eine Nische. Also da hat sich einfach keiner mit beschäftigt und ich musste auch immer so bei Konferenzen, wo so die ganzen Professoren sind, erklären, was ich da eigentlich mache, also auch den Kollegen. Also ich erzähle immer gerne die Geschichte, dass mein Freund Hans-Peter Burkow von der Uni Hohenheim, den kennt man aus dem Fernsehen, der wird immer zugeschaltet, wenn eine Bank pleite geht, darf da Hans-Peter was sagen. Und als ich dem erzählt habe, ich mache jetzt so Sustainable Finance, hat er gesagt, aha, du beschäftigst dich jetzt mit Spenden. Das fand ich damals sehr verletzend. Und es ging so weit, dass ich auf diese Tagungen gar nicht mehr gegangen bin, weil wirklich alle, was soll das sein irgendwie hier, Geldanlage und Nachhaltigkeit, was ist Nachhaltigkeit überhaupt? Warum war die Konnotation Spenden für dich verletzend? Weil Spenden bedeutet, du verschenkst Geld. Also der Unterschied ist ja, bei einer Investition, du investierst Geld, weil du eine Rendite, Zinsen, irgendwas haben willst. Und eine Spende ist, du gibst Geld für einen guten Zweck und erwartest dafür kein… Erwartest eigentlich ein gutes Gefühl, aber keinen Return, keinen monetären Return. Genau, und das ist so der zentrale Streitpunkt bei Sustainable Finance. Also die Hardcore-Finance-Menschen sagen immer noch, ja das ist doch letztendlich nur, du hast das Stichwort gesagt, für das gute Gefühl. Warm Glow nennen wir das. Also du machst da irgendwas und hast ein gutes Gefühl, letztlich bringt es nichts. Okay, und deswegen warst du verletzt, aber was ist denn der Unterschied zwischen, oder was hast du geglaubt tatsächlich zu machen versus, die anderen haben gedacht, du machst ein bisschen Spenden und machst, du schaffst Warm Glow für Leute, aber bist halt kein richtiger Finanzler, sondern versuchst irgendwie quasi Spenden zu raise. Also es geht nicht um Spenden, es geht darum, wenn du jetzt zur Bank gehst und sagst, du möchtest, was du hoffentlich schon gemacht hast, für deine Altersvorsorge irgendwas machen, hast du schon gemacht? Ich würde auf gar keinen Fall, wenn du sagst, hoffentlich in eine Sparkasse gehen und den Menschen, der da sitzt, fragen, was ich tun sollte, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Okay. Aber das hat auch damit zu tun, weil ich halt zweimal BWL studiert habe und weil ich weiß, was Kosten in so Anlageninstrumenten sind. Ach stimmt, du hast eine MBA gemacht. Ja, ich habe eine MBA gemacht, tatsächlich sogar in Schwerpunkt Finance. Ach was, Kollege. Wow, das soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber da kommen wir sehr, sehr schnell ins Detail, aber wenn du mich fragst, wie ich mein Geld anlege, mein Geld ist tatsächlich überwiegend in meiner eigenen Firma und tatsächlich highly leveraged. und von daher bin ich ein sehr, sehr ungewöhnlicher Geldanleger, würde ich sagen, aber das Thema Geldanlage hat mich, ich war glaube ich mit 19 das erste Mal auf so einem Aktienseminar, damals von Markus Frick, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, der war jetzt so als quasi Betrüger dann irgendwie ins Gefängnis gekommen. Jedenfalls, das begleitet mich schon ein bisschen und deswegen würde ich nicht einfach in eine Sparkasse gehen und sagen, okay, für 5% Ausgabeaufschlag kaufe ich irgendwie einen Aktienfonds und schließe halt irgendwie eine kapitalbildende Lebensversicherung ab. Das würde ich persönlich nicht machen, aber jetzt habe ich die Frage sehr, sehr lang beantwortet. Was glaubst du denn, oder nicht, was glaubst du denn, was machen denn die meisten Leute? Also die meisten kommen ja zu dem Thema, ja, ich hole noch weiter aus, also in Deutschland ist es ja so, wir haben ja schon ein Problem hier mit der finanziellen Bildung, also die meisten Menschen sagen so, mich interessiert das Thema nicht. Lustig, dass du, ich weiß nicht, ob wir das auf der Kamera, wir haben ein Problem mit der finanziellen Bildung. Nein, nein, ich habe nicht auf dich, ich war im Hörsaal gerade, also ich habe nicht auf dich gedeutet hier, du bist ja top ausgebildet, obwohl du highly leveraged, keine Altersvorsorge machst. Ich habe halt einen Zettel, wo draufsteht, aber ob ich jetzt gut ausgebildet bin oder nicht, das weiß ich nicht, also ich glaube, der Zettel sagt da wenig drüber aus. Wie waren denn deine Noten? Das ist auch eine Side-Story. Ich war in einem sehr kleinen MBA-Jahrgang an der EBS. Das ist ja teuer, wer hat das bezahlt, haben das deine Eltern bezahlt? Das habe ich bezahlt und habe aber ein Stipendium bekommen, ein 50% Stipendium damals. Okay. Und 50% habe ich bezahlt, ich habe damals aber auch schon gearbeitet und deswegen konnte ich das so finanzieren, war aber ein ganz guter Deal. Das kann man dann auch, das zweite Studium kann ja auch steuerlich ganz gut geltend machen. Also der Deal war gut, aber ich habe halt Vollzeit gearbeitet und Vollzeit MBA gemacht, parallel und mein Ziel war in den besten zehn dieses Jahrgangs abzuschließen, was ich auch geschafft habe. Was, wenn du jetzt fragst, wie viele Leute waren drin? Das wäre die nächste Frage gewesen. Elf und einer ist vorher rausgegangen. Also ich war safe in den Top zehn. Ich weiß nicht, der erste war ich nicht, aber ich war, glaube ich, auch nicht der letzte. Aber wichtig war halt damals für mich der Zettel, heute der Zettel ist halt eigentlich, glaube ich, hat wenig Wert. Aber jetzt erzähle ich so viel von mir. Ja, aber ich finde das total spannend. Aber dann kommen wir wieder zu deiner ursprünglichen Frage. Ja genau, ich wollte dir das Beispiel bringen. Also angenommen, du wärst interessiert an deiner Altersvorsorge oder jemand anders und du gehst jetzt, jetzt hast du mir ja komplett das Beispiel zerschossen. Ich bin, ich bin, ich bin interessiert an meiner Altersvorsorge und die Frage ist ja, die ich mir auch konstant stelle, ist, ich bin jetzt so highly leveraged in meinem eigenen Unternehmen. So, das hat einen Upside-Fall, dass das richtig gut geht und das hat aber auch einen Downside-Fall und dann, wenn der Downside-Fall eintreten würde, wäre die Frage, was hätte ich denn eigentlich machen sollen, weil das Risiko, also um das beim Namen zu nennen, so ein Unternehmen kann halt schnell pleite gehen. Highly leveraged heißt, ich habe Fremdkapital aufgenommen und in mein eigenes Unternehmen investiert und hafte dafür privat. Genau. Also mit einem geringen siebenstelligen Betrag tatsächlich, also mit irgendwie anderthalb Millionen Euro. So, das heißt so viel, wie wenn das Ding gut läuft, muss ich nicht mehr arbeiten. Dann bist du reich, genau. Wenn das schlecht läuft, bin ich privat insolvent. So ist es, genau so hätte ich es auch zusammengefasst. Und jetzt können wir noch über die Wahrscheinlichkeiten sprechen. Genau. Und das ist mein Risikoprofil, das ist halt sehr unorthodox. Aber wenn ich jetzt das nicht hätte oder vielleicht auch, wenn ich das gegen die Wand gefahren habe. Ja, dann bist du spät, dann bist du privat insolvent. Ja, aber dann ist Taschenpfändung und so weiter angesagt, dann geht eh gar nichts mehr. Ja, aber das ist das Schöne tatsächlich an der Westli, oder nicht nur an der Westli, sondern an der fortgeschrittenen Gesellschaft. Mein Upside-Potenzial ist unbegrenzt. Mein Downside-Potenzial ist privat insolvent. Das sind halt mittlerweile nur zwei Jahre, wo man halt nichts hat. Nichts heißt auch, du wohnst ja nicht auf der Straße dann. Und von daher ist es halt entweder zwei, drei Jahre richtig scheiß leben oder halt richtig geil. Aber es ist nicht bis zum Ende meiner Tage hoch verschuldet sein. Das wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sein. Aber das hast du eingepreist. Also du nimmst, also es ist so, du kannst privat insolvent gehen und unternehmerisch. Sorry, darf ich dir? Dein Mikro, wenn du das Mikro, sorry, wenn du das Mikro, die Kamera, habe ich das vor nicht gesagt, die kommt ja von dem Winkel. Das heißt, wenn das Mikro ein bisschen auf der anderen Seite ist. Dann sieht man mich besser im Fernsehen. Dann sieht man mich besser. Wenn du auf die andere Seite gehst, dann bist du so dahinter versteckt. Dann mache ich das mal so. So, genau. Sehe ich gut aus? Ganz fantastisch. Also unternehmerisches Risiko bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, gar nicht so gering ist. Genau. Und du bist noch leveraged, also du hebelst das noch, damit, wenn es klappt, es richtig ... Okay, verstehe. Aber eben dieses Risiko, dass du in die private Insolvent gehst und dann zwei Jahre lang Taschenpfändung und so weiter hast, das ist dir bewusst und das hast du tatsächlich ... Ja, genau. Das finde ich total spannend. Das ist mir bewusst. Und da ist halt die Frage, nehmen wir mal an, du leihst dir oder du hast irgendwie 100.000 Euro gespart. So, dann machst du das in dein eigenes Unternehmen und dann ist das weg. Okay, verstehe ich. Dann ist das ... Also dann passt das in dein eigenes Unternehmen, das geht pleite, dann ist das weg. So, dann bist du raus und hast die 100.000 Euro verloren und kannst quasi bei null anfangen. So, wenn in dem Moment, wo du aber sagst, ich habe die 100.000 Euro nicht, sondern du musst mir die irgendwo leihen, hast du 100.000 Euro Schulden. Und je nachdem, was für ein Unternehmen du baust, sind halt 100.000 Euro jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld. So. Ich habe mir das erste Mal 100.000 Euro geliehen, dann 500 und dann nochmal eine Mio. Und da ist irgendwann die Frage, wenn du 500 zurückzahlen musst, bist du privat insolvent und wenn du eine Mio zurückzahlen musst, bist du genauso privat insolvent. Das heißt, ab einem gewissen Leverage auf privater Ebene ist quasi mehr Investment nicht mehr Risiko, weil die maximale Downside ist Privatinsolvenz. Wir sind schon sehr tief drin, da gibt es noch deliktische Forderungen sozusagen, also du darfst halt keinen betrügen, dann geht das dadurch nicht. Aber ob du jetzt 200.000 zurückzahlen musst, die Frage ist immer, nimmt man sich zwei Jahre bei diesen Insolvenzgeschichten? Wenn man Privatinsolvent, sorry, wir sind jetzt ja richtig tief im Thema, aber für diejenigen, die sich entscheiden, Privatinsolvent zu gehen, heißt halt zwei Jahre Taschenpfändung und kriegst halt nichts außer Existenzminimum und halt ein bisschen Taschengeld sozusagen dabei. So. Und da ist halt die Frage, okay, wie viel Geld müsste man Schulden haben, dass man sagt, pass auf, ich hebe die Hand und sage, ich bin Privatinsolvent. Und das kann jeder für sich ja selbst entscheiden, aber ich sage mal, das Durchschnittsgehalt in Deutschland sind keine Ahnung 50.000 Euro, dann kriegst du unterm Strich da 30.000 Euro im Jahr netto raus. So, ja, wenn du 100.000 Euro hast, Schulden hast und kriegst 30.000 Euro netto pro Jahr plus du hast Zinsen auf die 100.000 Euro, ja, versuch mal 100.000 Euro zurückzuzahlen, das ist ja totale Scheiße, das kann kaum jemand. Und ob du jetzt 100.000, eine Million oder 100 Millionen zurückzahlen musst, ja, ist dann doch auch egal. Ja, aber du beschreibst hier gerade das, was du auch mal gelernt hast. Du beschreibst ein Agency-Problem, das ist dir schon bewusst. Was ist ein Agency-Problem? Ein Agency-Problem bedeutet, es ist ja nicht dein Geld, es gehört ja der Bank. Genau. Und die kann nicht beobachten, was du machst. Und du hast jetzt den Anreiz, du hast den Anreiz, dich hoch zu verschulden und sehr riskante Sachen zu machen, auch wenn du weißt, dass du bereits pleite bist. Also wenn du jetzt, wenn du, rein hypothetisch, du merkst, oh, oh, ich fahre in die Insolvenz und es gibt noch eine Chance, ich nehme nochmal 10 Millionen auf, mit einer Wahrscheinlichkeit von, keine Ahnung, 1% bin ich dann gerettet, 99% bin ich pleite. Dann wirst du das machen, das hast du gerade erklärt. Habe ich noch nie so gesehen, dass das eine Option wäre, sich dann quasi aus einer Insolvenz zu retten, danke für die Anregung, Christian, mit mehr Schulden. Klar, nur wir haben das jetzt hier aufgenommen und dann kann man es gegen dich verwenden, das wäre eine Insolvenzverschleppung, das ist eine Straftat, dann gehst du auch noch ins Gefängnis. Ja, das ist schlecht, ja. Du kannst es ja doch nachher rausschneiden, wenn du willst. Nee, nee, um Gottes Willen, nein, nein, also mein Ziel ist ja nicht, das ist ja, es geht ja nicht darum, es gibt ja diese ganzen Pyramidensystem-Betrüger, da ist das Game, es ist gefühlt noch nie ein Pyramidensystem-Betrüger bis in die Rente erfolgreich gewesen, sondern das System kippt immer irgendwann und dann gehen die in Haft oder was auch immer und manche kommen dann wieder raus und so. Aber das Ziel ist ja nicht, das zu machen, sondern das Ziel ist ja, erfolgreich zu sein. Die Frage ist ja immer, was ist die Downside und wenn die Downside ist, private Insolvenz, ist die Vernunft, das greifbar zu machen und zu sagen, okay, wenn ich 100.000 Euro Schulden habe, würde ich wahrscheinlich in eine private Insolvenz gehen. So habe ich jetzt 100, 500, eine Million und so. Scheint es für mich rational zu sein, zu sagen, ich gehe in höheres Risiko, weil halt Risk-Return verändert sich halt zu meinen Günsten. Ich habe mehr Chance auf einen großen Exit oder ein großes Unternehmen und aber die gleiche Downfall-Risiko. Also Agency-Problem heißt, es ist rational, was du machst, ist absolut rational. Es ist nur zum Schaden der Banken, weil es ist ja das Geld, wenn du privat Insolvent bist, ist das Geld ja trotzdem weg. Also für die Banken. Safe. Genau. Und deswegen hast du einen Schaden angerichtet. Die wiederum, das sind Kundeneinlagen und so weiter. Jetzt fühle ich mich, ich habe ja überhaupt, also wenn du sagst, du hast einen Schaden angerichtet. Ich habe überhaupt keinen Schaden angerichtet, ich bin auch nicht pleite, also überhaupt nicht. Wir sind vom Thema abgekommen. Wir sind vom Thema abgekommen. Ja, guck mal, sind wir in meinem persönlichen Spiel. Also, zurück aufs Thema Altersvorsorge. Ach, genau so. Wir waren eigentlich bei allgemeiner Altersvorsorge und jetzt auf einmal bin ich Insolvenzfallschläpper. Das ging schnell, ne? Ich habe versucht, ein anschauliches Beispiel zu bringen, was dieses nachhaltige Finance-Ding eigentlich ist. Und ich habe das an deiner Person versucht, jetzt nehmen wir einfach eine andere Person, jemand, der sich überlegt, er will seine Altersvorsorge machen, er will Geld investieren, zum Beispiel in einen Fonds oder so, aber er will auf keinen Fall, dass mit seinem Geld Schaden angerichtet wird. Also, der Klassiker, ich sorge für mein Alter vor, aber ich will doch nicht, dass dann irgendwie das auf den Rücken von Kindern, Stichwort Kinderarbeit, irgendwie passiert. Das ist so das, was die meisten damit verbinden, ist auch ein großer Teil, wenn sie diese Schnittstelle hören, ist Nachhaltigkeit und Geldanlage. Und jetzt ist dann eben, so sind wir draufgekommen, das Argument fieler, naja, wenn du das jetzt machst und gezielt nicht in Öl, Gas, Waffen und so weiter investierst, dann hast du ein gutes Gewissen, machst vielleicht sogar ein bisschen weniger Rendite, aber passiert ist gar nichts. Und das ist so ein Punkt, mit dem wir uns viel beschäftigen, aber Sustainable Finance geht ja viel weiter, ist ja viel, viel tiefer, viel, viel größer als das, was ich gerade beschrieben habe, also wir nennen das Ausschlusskriterien. Ja, auch interessant, dass die Ausschlusskriterien, es gibt quasi gute Industrien und böse Industrien. Öl und Gas wäre zum Beispiel eine böse Industrie, hast du jetzt gerade gesagt, oder Waffen wäre eine böse Industrie. Jetzt stelle ich mich mal auf den Standpunkt des Advocado Diaboli und sage, Öl macht, dass wir Güter transportieren, dass wir überhaupt Globalisierung haben, dass wir Wohlstand haben. Wegen Globalisierung haben wir keine oder bis vor einem Jahr noch keine Kriege mehr. Und Waffen ist zum Beispiel, wenn du keine Waffen hast, bist du halt bösen Menschen, wir haben darüber in Selbstverteidigung geredet, schutzlos ausgeliefert. Und zu sagen, die Waffenindustrie ist eine schlechte Industrie, wäre, Advocado Diaboli-Position, durchaus vergleichbar mit zu sagen, wir müssten Kampfsport verbieten, weil ihr bereitet euch auf einen Kampf vor. Dementsprechend könnte es ja sogar nachhaltig sein, zu sagen, wir brauchen Öl und wir brauchen auch ein paar Waffen, idealerweise halt bei uns und nicht in eine chinesische Waffenmanufaktur. Völlig einverstanden. Und genau diese Diskussion führen wir. Also erst mal, warum ist das so historisch gesehen, wenn du dir das anschaust, Sustainable Finance, wer hat diese Diskussion angefangen? Das waren so vor 30 Jahren wahrscheinlich die Kirchenbanken. Also daher kommt das Ganze. Die Kirchenbanken? Die Kirchenbanken. Also die Kirche, evangelisch, katholisch, die haben ja so viel Geld, das kannst du, selbst du dir gar nicht vorstellen. Wow, das ist ja sehr, wow. Also die haben Berge von Geld und die investieren das ganz normal. Und vor ein paar Jahrzehnten sind dann eben ein paar Schlaue, die damit befasst sind, draufgekommen, dass es vielleicht nicht mit dem Geschäftsmodell zusammenpasst, wenn man Frieden predigt und in Waffen investiert. Und das war eigentlich so die Geburtsstunde von Sustainable Finance. Also man hat angefangen, bestimmte Sachen nicht zu tun, weil es mit dem persönlichen Wertesystem nicht in Einklang zu bringen ist. Und das ist jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir reden jetzt gerade über Werte und die sind halt individuell total unterschiedlich. Also mein Beispiel ist immer, ich mache das auch im Hörsaal und dann sage ich jetzt, sag mal, was würde die überhaupt nicht investieren wollen? Und das Spannende ist, die ersten drei Sachen, die kommen, sind immer gleich. Das ist Waffen, das ist Kinderarbeit und das ist im weitesten Sinne Umweltverschmutzung. Und dann ist es spannend, mit wem du redest. Also im Hörsaal kommen dann so Sachen wie Spekulation mit Nahrungsmitteln, Massentierhaltung und so weiter. Da kommt irgendwann Drogen, da muss man erklären, man kann gar nicht legal in Kokain investieren, geht nicht. In Cannabis mittlerweile ja schon. In Cannabis schon, darüber können wir nachher nochmal reden. Und dann lege ich die Top Ten der Ausschlusskriterien, also die, die wirklich verwendet werden, dann auf und da steht unter anderem drauf, Alkohol, Tabak und Pornografie. Und das, worauf ich hinaus will, Alkohol, Tabak, Pornografie kam im Hörsaal noch nie. Glaube ich. Ja, ich habe meinen Studenten gefragt. Das ist halt das Studentenleben, Alkohol, Tabak, Pornografie ist das beste Leben. Ich habe gefragt und dann habe ich, ich habe damit kein Problem, ich investiere jeden Abend in Alkohol, Tabak und Pornografie. Und das ist ja auch okay. Also wir reden über Werte und das ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Wenn du, das sind christliche Werte, ja, beim Moslem wäre jetzt vielleicht noch irgendwie Schweinefleisch oder sowas dabei, ist völlig in Ordnung. Und deswegen ist ja auch bei, wenn du solche Überlegungen machst, geht es um deine persönlichen Wertvorstellungen. Das macht das Ganze recht komplex. Es gibt auch sowas wie objektive Wertvorstellungen, das sind dann Normen, also so wie ILO-Arbeitsrecht-Normen und solche Geschichten. Das ist das, was in der Praxis gemacht wird, wo man eben sagt, UN, da hat sich die UN auf einen Wertekatalog geeinigt und wir investieren nur in Unternehmen, die sagen, wir respektieren diese Werte. Okay, das heißt, alle Leute gehen durchs Leben und haben unterschiedliche Werte und sagen, okay, wenn ich Geld investiere, wir sind jetzt schon tatsächlich sehr in diesem Nachhaltigkeitsthema. Die meisten Leute würden dann sagen, ich investiere auf gar keinen Fall in irgendwas. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Vielleicht müssen wir da als erstes mal drauf kommen, aber es gibt unterschiedliche Werte von unterschiedlichen Menschen und wenn die Leute, die sagen, ich möchte gerne investieren, das ist ja nur eine kleine Gruppe der insbesondere Menschen in Deutschland, aber ich möchte nicht in Waffen oder nicht in Alkohol, nicht in Pornografie und die anderen sagen, Waffen und Pornografie, beste Leben, ich will eigentlich nur in die investieren, dann muss es da auch irgendwas vergeben und damit beschäftigst du dich schon sehr lange. Ja, sehr lange. Es ist noch ein Punkt, nicht nur Werte sind, nicht nur individuell, sie verändern sich auch. Du hast jetzt ein paar Mal das Stichwort Waffen angesprochen. Waffen war vor der Ukraine-Krise ein absolutes No-Go und gerade wird in der Community sehr viel über Waffen diskutiert. Was wichtig ist, ist, wir reden hier über Nachhaltigkeit, also ich mache das ja lange und kann sagen hochkomplexes Thema. Erstmal müssen wir festlegen, es gibt, wenn wir uns einigen, es gibt nachhaltige Sachen, bedeutet das nicht, dass alle anderen Sachen das Gegenteil von nachhaltig sind. Das ist schon mal so ein, ja, das ist ein Denkvieler. Also viele sagen, wenn das grün ist und das ist nicht grün, dann ist es automatisch rot. Aber nee, das meiste ist einfach farblos. Und worauf ich hinaus will ist, bei Waffen war es bisher ganz klar, das ist rot, da darf man nicht rein investieren und die Diskussion ist jetzt gerade, vielleicht machen wir es zu farblos, also nicht, weil die Diskussion gibt es ernsthaft auch, ob Waffen nachhaltig sind, Waffen schaffen Frieden und so weiter. Da lange ich mir ans Hirn, also das ist dann doch... Da langst du dir ans Hirn, das ist ja spannend. Warum langst du dir ans Hirn? Weil, also wenn du jetzt, jetzt müssen wir ganz tief einsteigen, wenn du das... Ich bin ja nicht zum Spaß hier, jetzt kommt der Dozent. Wenn wir das zu Ende denken, dann macht das ja nur Sinn, sustainable finance, wenn wir es schaffen, indem wir die Kapitalströme irgendwie umleiten, wenn wir es schaffen, nachhaltigen Unternehmen bessere Finanzierungskonditionen zu geben als bösen Unternehmen. Okay, also das ist die Idee, dass wir durch die Mittel, die wir am Kapitalmarkt haben, durch die Hebel es schaffen, du bist Fachmann, die Kapitalkosten von Unternehmen, die wir gut finden, zu senken und die Kapitalkosten von Unternehmen, die wir doof finden, zu erhöhen. Also auf Deutsch übersetzt, ein Unternehmen, das wir für nicht nachhaltiger achten, hat nachher Probleme an Geld zu kommen. Dagegen so ein grünes Unternehmen, das alle toll finden, dem wird das Geld nachgeschmissen. Darf ich das mal kurz in Beispiel übersetzen? Also wenn ich jetzt beispielsweise eine neue Waffenschmiede gründen würde, die gleichzeitig auch CO2 emittiert und Kinder anstellt, um die Patronenhülsen, also ich sag mal das unnachhaltigste Unternehmen der Welt und wenn ich damit dann zu einer Sparkasse oder zu einer größeren Bank, dann je nachdem wie groß man ist, gehen würde und sage, ich brauche Geld, ich brauche ein Darlehen, ich möchte gerne wachsen, dann sagen die, kostet 10% Zinsen. Wenn ich aber sage, pass auf, ich baue Wasserstoffautos, um damit kleine Kinder zu ihren Müttern zu fahren, damit die glücklicher sind, sozusagen, dann wird sagen, das kostet nicht 10%, sondern irgendwie gibt das nur 2 oder 3% und damit ist es attraktiver für jemanden, der Unternehmer ist, zu sagen, hey, lass uns doch mal was machen, was die Welt verbessert, weil damit können wir mehr Geld verdienen, weil unsere Finanzierungskosten sind nicht so hoch, wie wenn wir jetzt Waffen bauen. Absolut, also das hast du sehr gut erklärt. Und das passiert und es funktioniert auch, Sustainable Finance funktioniert, da habe ich bis jetzt nur das, was wir anekdotische Evidenz nennen. Also ich kenne, mir wurde ein Fall erzählt jetzt gerade, dass ein Mittelständler, der Öl ausliefert, versucht, eine neue Werkhalle bauen wollte und der hat keinen Kredit mehr bekommen, weil die Banken gesagt haben, dein Geschäftsmodell hat keine Zukunft mehr. Finde ich total spannend. Und wegen Öl oder wegen? Wegen des Geschäftsmodells. Also weil die eben sagen, in 20 Jahren. Ich korrigiere nochmal dein Mikrofon, wenn ich das so, also je näher du am Mikrofon bist, desto besser. Und das ist aber ganz normal, dass du automatisch, also verstell das ruhig, dreidimensionell, weil ich höre ja nur, du wirst immer leiser und gehst immer weiter weg. Ach was? Ja. Echt? Okay. Na gut, dann mache ich das so. Okay, du warst beim Mineralölhändler. Genau, und dieses Geschäftsmodell wird es in 20 Jahren nicht mehr geben. Auf jeden Fall nicht mehr in dieser Breite, weil wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen wollen, dann dürfen wir in 20 Jahren kein Öl mehr verbrennen. Ja, verstehe ich. Jetzt ist aber das Geschäftsmodell von, lustigerweise, kenne ich mich im Mineralölhandel relativ gut aus, weil ich da mal eine Firma in dem Bereich hatte. Mineralölhändler sind so, ich sage mal, auf Englisch würde man sagen, Marmin Pop Stores. Also das sind, die haben fünf Mitarbeiter im Schnitt, die haben zwei LKWs und machen nichts anderes, als zu einem Lager zu fahren, da Heizöl zu kaufen und das an den Endverbraucher auszuliefern. Das sind, es ist ein Herr Schmidt und ein Herr Mayer, die halt noch eine Sekretärin haben und drei Fahrer. Also das, was man in Deutschland als, ja, als Kleinunternehmen oder als Mittelstand noch nicht, aber als gemeinen Kleinunternehmen bezeichnet. So, und das ist jetzt gut für den Standort Deutschland, wenn die keine Finanzierung bekommen, weil die in einer bösen Industrie unterwegs sind. Ja, jetzt müssen wir differenzieren. Also jetzt wird es richtig spannend. Ja, deswegen bist du hier. Wenn du dich da mal reindenkst in dieses Nachhaltigkeitsding, das ist ja längst kein Wollsocken-Thema mehr. Also hier, wir haben vorhin über dieses Warm-Glow-Gut-Fühl-Thema gesprochen, das ist es nicht mehr. Sondern jetzt werden wir bei dem Beispiel bleiben, da geht es einfach um Risikomanagement. Also wir haben das Pariser Klimaschutzabkommen und wir gehen davon aus, dass es eingehalten wird. Also wir schaffen das Zwei-Grad-Ziel, wir sind 2050 CO2-neutral und das hat ganz viele Konsequenzen. Und eine der Konsequenzen ist, dass genau das, was du gerade beschrieben hast, kein Geschäftsmodell ist, dass es noch lange geben wird. Die werden ihre Firma aufgeben müssen. Und dann kommt eben, das ist die Aufgabe von Kapitalmärkten. Denn eine Bank wird merken, dass es keinen Sinn macht, jetzt so einem Unternehmen einen 30 Jahre laufenden Kredit zu geben, damit die nochmal eine Halle bauen, weil die werden, wir haben uns vorhin ausführlich darüber unterhalten, die werden insolvent gehen. Und das läuft alles hier unter dem Thema nachhaltige Finanzwirtschaft, weil das eben Risiken sind, die vorher den Kapitalmärkten nicht so bewusst waren. Und was wir machen, also die in der Community, die da unterwegs sind, wir erklären das und das ist inzwischen auch angekommen. Also bis dahin, dass auch sowas wie die BaFin, also die Finanzaufsicht für alle Banken, hat da ein Papier veröffentlicht für die anderen Banken, dass die sich daran halten müssen und zeigen müssen, was sie für Kredite haben, die irgendwie abhängig sind von dem Verbrennen fossiler Stoffe und so weiter. Interessant. Wobei, wenn ich jetzt in dieses Mineralhändler-Beispiel reingehe, dann ist es quasi eine aussterbende Technologie. Wenn wir in die Pferdewirtschaft und die Erfindung des Automobils gehen, irgendwann gab es mal Hufschmiede. Die Hufschmiede haben irgendwann auch keinen Job mehr gehabt, weil es auf einmal Autos gab. Jetzt ist das sozusagen rückwärts sustainable gedacht, weil auf einmal haben die Hufschmiede keine Darlehen mehr bekommen, weil es eben nicht mal so viel Pferde gab. Jetzt ist aber der Grund, warum eine Bank dem Mineralölhändler den Kredit verweigert, ja nicht unbedingt ein Nachhaltigkeitsgrund, sondern eher ein, deine Technologie wird es nicht mehr geben. Und es ist nicht, weil die, also verstehe ich das jetzt, es ist nicht, weil die Bank sagt, wir möchten uns nicht an fossilen Brennstoffen beteiligen, weil wir so gute Menschen sind, sondern fossile Brennstoffe wird es bald nicht mehr geben und wir möchten gerne, wenn wir dir einen Kredit geben, dass du den auch zurückzahlen kannst und wir glauben das nicht. Ein sehr, sehr spannender Punkt, den du ansprichst, also wenn wir über dieses sustainable finance Ding reden, am Anfang war es so, also da gab es Nachhaltigkeitsbanken, es gab Kirchenbanken, die haben gesagt, wir finanzieren kein Öl, kein Gas, weil wir wollen die Welt retten, wir wollen den Klimawandel begrenzen und so weiter. Und dann gab es so Typen wie mich, die da unterwegs waren und die Vorträge gehalten haben und irgendwas erzählt haben über die Zukunft unserer Kinder und wir müssen doch und wir sollten doch. Und dann war meine Erfahrung, dass im Raum alle nicken und sagen, super und dann, wenn ich fertig war, kamen auch ein paar und haben ihre Visitenkarten gegeben und das waren am meisten irgendwelche NGOs, also so Nichtregierungsorganisationen, die gesagt haben, ach kommen Sie doch mal zu uns und erzählen Sie das nochmal, das ist ganz toll und dafür kriegen Sie dann nachher auch eine warme Suppe, aber Fahrtkosten können wir nicht bezahlen. Es war ein bisschen mühsam und seitdem sich die Argumentation geändert hat und das hat ganz viel mit der Politik zu tun, speziell mit der Europäischen Kommission, seitdem die Europäische Kommission ziemlich klar sagt, wir wollen das machen, können wir uns hinstellen und sagen, passt mal auf, hier geht es nicht um Welt retten und Wollsocken, sondern hier geht es um Risikomanagement. Wenn ernsthaft 2050 nichts Fossiles mehr verbrannt werden soll, hat das die und die Auswirkungen auf jene und die anderen Branchen. Und wenn ihr nicht aufpasst, dann habt ihr, wir nennen das Stranded Assets, dann habt ihr lauter Geld investiert in Sachen, die nicht mehr funktionieren werden. Und seitdem bekomme ich ganz, ganz, ganz viele Visitenkarten und dann sind es plötzlich Vorstände von Banken. Stranded Assets heißt das? Stranded Assets. Stranded Assets. Stranded Assets. Stranded Assets. Stranded Assets. Stranded Assets. Okay, das heißt, alle in der Wirtschaft haben so ein bisschen Angst, dass die Themen, an denen die arbeiten, möglicherweise demnächst entweder verboten werden oder keinen Markt mehr haben, weil die Marktnachfrage Richtung Nachhaltigkeit geht, sei es gezwungenermaßen oder sei es freiwillig und deswegen gibt es ein natürliches Interesse von Banken und Unternehmen zu sagen, wir wollen so nachhaltig wie möglich sein, weil ansonsten, wenn ich jetzt zum Beispiel Gasheizungsbauer in Deutschland bin, habe ich halt safe ein Problem. Definitiv, ganz genau, ist ein wunderbares Beispiel. Also wenn wir da mal reinsteigen, nehmen wir mal den Klimawandel. Also jedes Unternehmen sollte inzwischen in das Risikomanagement das Thema Klimawandel aufgenommen haben und das sind dann zwei Dimensionen. Das eine sind die physischen Risiken aus dem Klimawandel. Also ich habe meine Werkhalle irgendwo am Deich gebaut und wenn jetzt der Meeresspiegel einen Meter ansteigt, habe ich ein Problem. Oder dadurch, dass es zu Unwettern kommt, kriege ich Probleme mit meiner Lieferkette, weil dann kommen die Lieferanten irgendwie nicht mehr durch. Das wären die physischen Risiken. Und dann gibt es die anderen Risiken, die sich eben aus dem Aufhalten des Klimawandels ergeben. Also zum Beispiel durch die Regulierung. Und das ist genau das, was wir gerade besprechen. Es könnte sein, dass das, was ich mache, einfach verboten wird. Und ich bin Zulieferer im Mittelstand für Verbrennungsmotoren, Autoindustrie. Und jetzt kommt irgendjemand drauf und bietet den Verbrennungsmotor und ich habe mich nicht darauf vorbereitet und dann stehe ich plötzlich da und kann mit meinem Geschäftsmodell nicht weitermachen. Es könnten auch andere Sachen sein. Zum Beispiel die Gesellschaft ändert sich und mein Produkt wird nicht mehr gekauft, weil die Stimmung sich geändert hat. Das sind alles Risiken, die sich daraus ergeben, interessanterweise, dass wir den Klimawandel aufhalten. Und das Spannende ist ja, je mehr wir es schaffen, also als Menschheit, die physischen Risiken zu begrenzen, desto größer werden die anderen Risiken. Weil wir müssen ja dann Regulierung machen, wir müssen Verbote aussprechen und so weiter. Und wenn wir die anderen Risiken auf Null setzen, dann… Das habe ich noch nicht verstanden. Je größer die physischen Risiken oder je kleiner die physischen Risiken sind, desto höher ist die… Kannst du das nochmal erklären? Ich habe es nicht verstanden. Ja, ich habe es glaube ich auch schlecht erklärt. Also je größer, je kleiner die Wahrscheinlichkeit ist, dass die physischen Risiken eintreten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Regulierungsrisiken eintreten. Bleiben wir beim Beispiel, ich baue eine Werkhalle am Deich. Ja. So. Das mache ich nicht, sondern baue die auf dem Berg. Dann dementsprechend sollten die Polkappen abschmelzen, Meeresspiegel steigt, bin ich am Berg safe. Ja. So. Was hat das für eine Auswirkung auf die regulatorischen Risiken? Nein, nein, nein. Ich baue eine Werkhalle am Deich. Und jetzt überlege ich mir, und zwar eine Werkhalle für Verbrennungsmotoren. Okay. Ein schönes Beispiel eigentlich. So, jetzt habe ich ein massives Problem, denn es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Verbrennungsmotoren werden nicht verboten und dann kommt der Klimawandel. Dann steigt der Meeresspiegel. Also dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ich von physischen Risiken betroffen sein werde. Ah, okay. Oder wir halten den Klimawandel auf. Dann ist das mit dem Meeresspiegel nicht so das Problem. Aber dafür erhöht sich massiv die Wahrscheinlichkeit, dass plötzlich Verbrennungsmotoren verboten werden. Das ist das, diesen Trade-off, den du da hast. Okay, ich versuche es nochmal mit meinen eigenen Worten zusammenzufassen, weil es wirklich komplex ist. Und zumindest für mich, für mein kleines Hirn. Wenn ich beispielsweise, ich finde es ein ganz, ganz pragmatisches Beispiel, Verbrennungsmotoren am Deich baue, dann kann ich darauf hoffen, dass die blöde Politik, die da oben, die macht das doch nicht mit dem Verbrennerverbot, dann kann ich mein Leben lang meine Verbrennungsmotoren weiterverkaufen. So, was das aber zur Folge hätte, wäre, dass ja dann die Polkappen weiter schmelzen, dass der Meeresspiegel steigt und dass dementsprechend ich Wasser in der Werkhalle habe, die am Deich steht. So, wenn ich, wenn aber die Regulierung greift und ich meine Verbrennungsmotoren nicht weiter bauen und verkaufen darf, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass meine Werkhalle trocken bleibt. Genau. So, okay. Jetzt unterstellt das, wenn ich das richtig sehe, dass wir in Deutschland der Mittelpunkt der Welt sind. Und das nur, weil ich in, keine Ahnung, Köln meine Motoren nicht mehr baue, dass der Klimawandel abgemildert wird. Jetzt sind wir nur tatsächlich, wenn man so ein Globus mal anguckt, relativ klein und andere Länder machen größere Sachen. Stimmt das, wenn andere, also es kann ja durchaus sein, wir in Deutschland werden CO2-neutral, wir werden die größten Klimaretter, wir werden nicht die Klimaretter, sondern wir werden einfach CO2-neutral. Ab morgen haben wir keine CO2-Emissionen mehr. Das ist dem Planeten ja eigentlich egal, weil wenn alle anderen weiter so machen, wie sie weitermachen, haben wir trotzdem das Hochwasser und dann hätten wir beide Risiken zusammen. Nämlich, wir verlieren unsere Motorenfabriken und gleichzeitig stehen die Werkhallen unter Wasser. So, und das ist natürlich dann richtig scheiße. Was du gerade beschreibst, ist ein Gefangenen-Dilemma. Also hast du auch mal im Studium, könnte ich jetzt ausfragen. Habe ich nie verstanden, das Gefangenen-Dilemma tatsächlich. Habe ich schon hundert Slides so gesehen, nie richtig verstanden. Ist aber spannend. Also es geht einfach darum, beim Klimawandel hast du das Problem. Also sagen wir Klimawandel, wir wissen, wir müssen CO2 reduzieren und zwar weltweit. Jetzt sagen wir mal, es gibt hundert Länder auf der Welt und alle einigen sich darauf, wir müssen, wir reduzieren CO2 und das kostet natürlich was, sonst würden wir es ja nicht machen. Also sonst würden wir es ja gleich machen, so meine ich. Okay? Also das, was du vorhin gesagt hast, wir müssen dann Fabriken schließen, es gibt Arbeitslose und so weiter und so weiter. Wir werden alle ein bisschen ärmer. Also die hundert haben sich darauf geeinigt. Wir machen das, wir verzichten auf CO2 und dadurch verzichten wir auch auf ein bisschen Wohlstand. Und jetzt machen das 99 von denen und einer nicht. Dann ist die Welt gerettet und der eine hat einen finanziellen Vorteil gehabt. Umgekehrt, wenn es 99 nicht machen und einer macht es, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, dann geht die Welt unter und der eine hat auch noch drauf gezahlt. Und wenn du das zu Ende denkst, dann ist es rational, es nicht zu machen. Und zwar in jedem Fall. Ja, verstehe ich. Das ist das Gefangenen-Dilemma. Das ist natürlich absolut richtig. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir hier in Deutschland dann die einzelnen doofen Guten sind, die dann alles bezahlen. Tatsächlich bei den ganzen Geschichten, ich bin ja da ganz gut drin, reden wir von Europa. Also die EU macht das. Und jetzt könnten wir auch diskutieren, ist die EU dann, das ist halt ein bisschen größer, aber wieder ganz alleine auf der Welt. Ich meine CO2, das ist vor allem China und Indien und die USA, die das ausstoßen. Und dann kommt erst irgendwann Europa. Tatsächlich machen aber schon viele mit. Also auch China ist da ziemlich tapfer dabei. Das bekommt man nun nicht so mit. Also die Chinesen machen tatsächlich auch im Sustainable Finance Bereich sehr, sehr viel. Und die Amerikaner, seitdem Biden wieder Präsident, seitdem Biden Präsident ist, auch. Also eigentlich ist es momentan sehr gut gewesen bis zum Ukraine-Konflikt. Der hat natürlich alles wieder ein bisschen durcheinander gewürfelt. Das ist ein guter, gutes Stichwort. Und du hast gerade, fand ich ganz interessant, du bist ja Wissenschaftler und hast gesagt, wir müssen ja CO2 reduzieren. Ja. Wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, ist die Frage, müssen wir wirklich? So, wenn ich die Situation der Wissenschaft wie folgt zusammenfassen darf, du korrigierst mich, wenn ich falsch liege. Es sind sich mehr oder weniger alle glaubwürdigen Wissenschaftler einig, es gibt menschengemachten Klimawandel. So, dann ist halt die Frage, okay, was heißt das? So, Klimawandel führt zu Problemen. Da sind sich, glaube ich, auch alle einig. So, dann gibt es, keine Ahnung wie viele, aber durchaus auch die Position, es führt ja nicht nur zu Problemen, sondern es hat ja auch Vorteile tatsächlich. Ernteperioden verlängern sich und so weiter. Also es ist nicht nur ein reines Problem. So, aber unterstellen wir mal, das Problem überwiegt. So, dann ist ja noch die Frage, was tun wir gegen dieses Problem? Und eine Möglichkeit wäre, oder tun wir etwas gegen das Problem, weil nämlich, wenn wir etwas tun, kostet das Geld. Natürlich wäre es besser, CO2-neutral zu sein, aber wenn wir jeder 10.000 Euro im Monat mehr bezahlen würden, würden wir sagen, okay, das mit der CO2-Neutralität ist ja ganz schön, aber 10k im Monat haben wir alle nicht. Deswegen, lasst uns mal einfach so weiterfahren, wie es ist. Das heißt, so sicher, wir müssen CO2 reduzieren, scheint mir das nicht zu sein, weil es einen Preis hat und wenn jemand sagt, ich brauche ein Auto, das ist ja ganz schön, aber will ich auch wissen, was das kostet. So, sonst kann ich ja nicht sagen, ich kaufe ein Auto. So, und da, das hat ja einen Trade-off. Definitiv. Und du hast ja gerade auch so im Nebensatz schön gesagt, dann verzichten wir halt auf ein bisschen Wohlstand. Wenn du mir jetzt sozusagen, okay, Benjamin verzichtet auf ein bisschen Wohlstand, dann verkaufe halt deinen Ferrari, ich habe keinen Ferrari, aber dann verkaufe ich auch meinen Ferrari, dann habe ich nur noch einen Porsche, ich habe ein bisschen verzichtet, ich habe meinen Teil getan, so, jetzt kannst du auch dein Auto verkaufen, weil ich habe auch eins verkauft. Also, am Ende des Tages schadet das höchstwahrscheinlich nicht den Leuten, die in Machtpositionen sind, sondern denen, die nicht in Machtpositionen sind und eben am unteren Ende des sozialen Bandes sind, weil die das Geld eben nicht mehr haben und dann müsste man das irgendwie umverteilen. Absolut. Oder die leiden lassen. Genau, aber das sind, also das waren jetzt ganz viele Punkte, die du gesagt hast. Fangen wir von hinten an, weil das ist die entscheidende Diskussion, die wir jetzt führen müssen. Das ist das, was ich sage, wir müssen uns mal ein bisschen ehrlich machen. damit meine ich, meine Wahrnehmung war auch im Sustainable Finance Bereich, jetzt machen wir Nachhaltigkeit, bedeutet, wir retten jetzt die Welt und weil es Investments sind, werden wir dabei noch irrereich. Also, am besten so, weißt du, wir investieren jetzt und das ist dann ganz nachhaltig und die Welt wird immer besser und wir machen noch mehr Rendite, als wir vorher gemacht haben. Und dann stelle ich immer die Frage, ja, wenn das möglich wäre, die Welt zu retten und dabei irrereich zu werden, warum haben wir sie denn nicht schon längst gerettet? Also, dann hätte ja Donald Trump für uns die Welt gerettet, wenn das möglich wäre. Also, es könnte etwas kosten und dann geht's los, dann fallen alle über dich her und sagen, hey, das darf man doch nicht sagen. Also, es geht doch um die Zukunft unserer Kinder. Ja, ja, aber es wird etwas kosten. Ja, und das ist, wenn wir uns das anschauen, Klimawandel begrenzen, CO2 neutral werden, das wird definitiv etwas kosten. Und was du ansprichst, ist natürlich der zentrale Punkt. Wir können das unterschiedlich stark tragen, also müssen wir hier irgendein Umverteilungssystem finden. Sorry, ich muss mal ganz kurz nerven, denn ich brauche deine Hilfe. Ich bin aktuell auf der Suche nach Sponsoren für diesen wunderbaren, ungeskriptet Podcast, wo auch sehr kontroverse Menschen reinkommen, aber wo es um den Mensch geht und um eine authentische, echte Unterhaltung. Wenn du eine Idee hast, welche Brand hier wunderbar reinpassen würde oder vielleicht sogar bei einer Arbeit ist oder dir eine gehört, dann schreibt gerne eine E-Mail ein bennetungeskriptet.com und vielleicht ist deine Brand demnächst hier Sponsor bei ungeskriptet. Eins, was wir in Deutschland ja gerade besprechen, ist ja das Thema Heizungen. Ich finde das übrigens super. Ich finde das hochgradig amüsant. Ich meine, wir haben uns darauf geeignet, 2050 klimaneutral zu sein. Das heißt, wir dürfen kein Öl und kein Gas mehr verbrennen. So eine blöde Heizung hält 20, 30 Jahre. Also dürfen wir ab jetzt keine mehr einbauen. Es ist wirklich für mich ein, Entschuldigung, No-Brainer erst mal. Jetzt stellt sich ja Habeck hin und sagt, wir dürfen das nicht mehr machen. Und dann kommt der Punkt, ja, wer soll denn das bezahlen? Also das ist so erst mal, dass alle merken, ja, das wird ja was kosten. Dann brüllt man nach dem Staat. Dann ist natürlich klar, wenn wir das jetzt alles mit Steuergeldern machen würden, dann würden wir es immer noch bezahlen. Weil du und ich, also ich denke, du auch, also ich auf jeden Fall, ich zahle Steuern. Ich zahle auch Steuern. Genau. Mehr als mir liegt das, wenn ich das so sagen darf. Und deswegen, das kommt aufs Gleiche raus. Also es geht darum, erst mal zu sagen, ja Leute, es wird was kosten. Und dann überlegen wir uns, wie wir das fair verteilen. Und das ist das, was gerade gemacht wird. Also wie du zum Beispiel der Tante Else, die 80 ist und im Haus wohnt und jetzt plötzlich für 200.000 energetisch sanieren soll und den Kredit könnt ihr sie gar nicht mal abbezahlen, weil sie nicht mal so lange lebt. Da gibt es dann jetzt eben Entwürfe, dass sie einen Kredit und Zuschüsse bekommt und so weiter und der Kredit wird erlassen, wenn sie stirbt und solche Überlegungen gibt es. Also das wird gemacht. Ja, das ist ganz interessant. Du sagst, der Kredit wird erlassen und dann verteilen wir um. Wir haben, wenn ich in den Aldi gehe, da hatte ich neulich eine Gurke in der Hand für 2,40 Euro. So, die habe ich wieder zurückgelegt. Und ich dachte, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Ich weiß nicht, ob es der Aldi war, aber es war auf jeden Fall eine Gurke für über 2 Euro. So, das heißt, wir haben ein Riesen-Inflationsthema. So, und alle gucken sich gefühlt an und denken, wo kommt nur diese Inflation her? Ich kann es mir überhaupt nicht erklären. Vor zwei Jahren haben wir die ganze Wirtschaft runtergefahren und die Bundesregierung macht Werbung und sagt, wir helfen euch, wir geben euch Geld. So, und haben halt die Wirtschaftsaktivität nicht auf null, aber drastisch runtergefahren und haben einfach Geld verteilt. So, ich schmeiß mit Puffis im Club. So, jetzt haben wir Inflation. Das hat einen Moment gedauert. Am Anfang war es ganz toll. Die haben uns gerettet. Jetzt haben wir das Inflationsproblem. Und gleichzeitig sagen wir, wir müssen nachhaltiger werden und das müssen wir über Umverteilung, also da kommt der Staat wieder und gibt uns Geld. Der Staat kann ja kein Geld drucken, also kann ja indirekt schon, aber dann wird es halt weniger Wert haben, weil Inflation, das haben wir halt heute. Und ist denn nicht, wir fühlen ja das erste Mal in wahrscheinlich 30 oder 40 Jahren, fühlen wir Inflation. So, und jetzt wissen wir, wie sich das anfühlt. Vorher war das immer so, ja, Inflation wird es irgendwann geben, aber irgendwie 2,5 Prozent maximal. So, und jetzt, wo der Deutsche, oder wo wir wissen, wie sich Inflation anfühlt, ist doch das ein anderer Deal. Okay, wollen wir wirklich, dass der Staat dann Menschen Darlehen erlässt? Das heißt, wir alle zahlen dafür, dass Oma Ilse ihre Gasheizung sozusagen entweder nicht mehr benutzen darf oder neu. Also, wichtiger Punkt. Also, du hast gerade, ohne es zu merken, ein tolles Plädoyer für Sustainable Finance gehalten. Sehr gut. Wirklich, ohne es zu merken. Die Idee ist nämlich, Klimawandel wird wahnsinnig teuer. Mit öffentlichen Mitteln, also mit Geld vom Staat, bekommen wir das nicht hin. Wir brauchen die privaten Mittel. Also, was wir ja hier versuchen, ist ja nicht, neues Geld zu drucken, sondern Geld umzuleiten. Das ist die Idee von Sustainable Finance. Und diese Geschichte auf der privaten Ebene, dass wir der Tante Erna helfen müssen, ist noch mal eine andere Geschichte. Aber damit erzeugen wir auch keine Inflation, solange wir beide das der Tante Erna bezahlen. Verstehst du? Inflation erzeugst du dann, wenn jetzt neues Geld gedruckt wird und es wird der Tante Erna gegeben. Wenn wir, gut, dann war das jetzt mit dem Erlassen, wenn sie stirbt, war ein schlechtes Beispiel, weil das ist dann tatsächlich, das wäre dann Staatsgeld, außer wir zahlen es mit unseren Steuern. Steuererhöhung wird es dann halt geben. Genau, aber das wäre dann die Steuererhöhung. Also in dem Moment, also man könnte ja sich als Regierung her hinstellen, sagen, pass auf, wir wollen ja CO2-neutral werden, deswegen erhöhen wir die Steuern. So, das wäre eine Position, die, glaube ich, keine Partei dauerhaft durchhalten kann, weil die Forderung ist ja, wir machen ein Gesetz und das heißt halt, ihr müsst keine Ahnung eure Heizung renovieren, nicht renovieren, sondern eben umstellen und ihr müsst investieren. Gleich bedeutend wäre, wir erhöhen die Steuern. So, und das traut sich aber wieder keiner zu sagen und deswegen ist dieses Thema mit, das hat einen Preis und keiner traut sich den in den Mund zu nehmen, glaube ich, ein ganz präsent. Absolut, absolut. Und wir können das alles durchspielen und werden immer drauf kommen, politisch ist das aber schwer. Also, weißt du, was wir machen, wir machen das voller Begeisterung, aber wir sagen auch als Wissenschaftler, das ist die Second-Best-Lösung. Also das könnte man viel einfacher machen. Wir könnten das Problem von einem Tag auf dem anderen lösen, indem wir weltweit nämlich einen CO2-Preis einführen. Also die Internalisierung, externe Effekte bedeutet, CO2 kostet viel mehr, als wir bisher gedacht haben und jetzt kleben wir ein Preisschild drauf, so dass es alle sehen und dann erledigt sich das Problem von einem Tag auf dem anderen. Das würde funktionieren. Aber das Interessante ist, es ist anscheinend politisch nicht durchsetzbar. Also was würde das bedeuten? In dem Moment, wo du einen CO2-Preis hättest, wären zum Beispiel Kreuzfahrten nur noch für die Oberschicht, da wären ein paar sehr, sehr reiche Menschen unter sich auf so einem Kreuzfahrtschiff, weil du und ich, wir könnten uns das nicht mehr leisten. Und den Kurzurlaub auf Mallorca könnten wir uns auch nicht mehr leisten. Autofahren wäre plötzlich wahnsinnig teuer und so weiter. Was ja jetzt zum Teil schon der Fall ist, durch Inflation, aber nicht durch CO2. Die Inflation kommt nicht gerade zum guten Zeitpunkt, das stimmt. Übrigens, Inflation ist ja nicht so, die ist ja nicht erst, wir haben ja nicht erst die letzten zwei Jahre verbockt, sondern das sind ja über 20 Jahre. Und die Wahrheit ist ja auch, das darf man in Deutschland irgendwie nicht sagen, in den Resten Europas ist das allen klar. Wir haben ja 20 Jahre lang verzweifelt versucht, Inflation zu erzeugen. Das ist ja die Wahrheit. Also es war 2006, 2007 die Finanzkrise und dann wurde daraus die Euro-Krise. Und dann hatten wir Griechenland, Griechenland, Spanien hochverschuldet. Und du, wir haben ja über Insolvenzen geredet. Toll, wie sich der Kreis die ganze Zeit schließt. Und als Unternehmer, weißt du, wenn du insolvent bist, dann machst du zwei Jahre dicht und kriegst eine Taschenpfändung. Wenn das ein ganzes Land ist, ist es halt ein bisschen problematisch. Du kannst so ein Land nicht dicht machen. Und was ist die nächste? Du brauchst theoretisch eine neue Währung, es sei denn, du hängst halt in der Währungsunion. Genau. Aber wie könntest du noch aus einer Schuldenfalle rauskommen? Durch Inflation. Genau, durch Inflation, entweder neue Währung oder ich druck einfach mehr Geld. Genau, und weil Inflation bedeutet ja, alles wird irgendwie teurer. Dafür verdienst du auch mehr. Aber relativ gesehen werden deine Schulden weniger. Tatsächlich, sorry, um das nochmal logisch zu schließen, in dem Moment, wo man zu starke Schulden hat als Land, kann man natürlich nicht durch eine neue Währung rauskommen, weil du musst die erstmal entwerten. Genau. Damit du, dass du quasi dann schuldenlos bist und dann sagst, okay, wir fangen nochmal von Neuen an und wir vergessen unsere Schulden. Genau, das ist eine Insolvenz eines Landes und das zahlen die Bürger. Aber ein Trick ist es, also du bist ja jetzt als highly leveraged Unternehmer, du müsstest eigentlich jubeln über die Inflation, weil die bedeutet, dass du deine Schulden von ganz alleine loskriegst. Wir verdienen alle immer mehr, blöd, die Gurke kostet auch mehr, aber deine Schulden bleiben gleich hoch. Das heißt, dein Einkommen steigt, die Schulden bleiben konstant. Und deswegen willst du als Staat auch eine gewisse Inflationsquote haben. Deswegen wollten wir unbedingt diese 2,3 Prozent unbedingt haben und die EZB hat alles getan, um die endlich zu kriegen. Wir hatten immer eine Inflationsquote von null und die haben gemacht, gemacht, Geld gedruckt und es hat nicht funktioniert, 20 Jahre lang. Und jetzt kam ein bisschen viel zusammen und plötzlich funktioniert es viel zu gut. Jetzt kriegen wir es nicht mehr eingefangen. Kriegen wir es eingefangen oder kriegen wir es nicht mehr eingefangen? Ich bin kein Volkswirt und das ist tatsächlich nicht mein Spezialgebiet. Okay, aber du bist Professor für Finanzen im weitesten Sinne. Also vielleicht dann deine, ich nenne es mal laienhafte Quote-on-Quote, Meinung zum Thema Inflation. Wie lange begleitet uns das Thema noch? Ich bin heilfroh, dass ich gerade kein EZBler bin und das irgendwie managen muss, weil die stecken schon in einer dummen Situation gerade. Also was du machen musst, du musst massiv die Zinsen erhöhen, dann verschwindet die Inflation. Gleichzeitig, wenn du jetzt aber die Zinsen erhöhst, bekommen einige Banken Probleme, die irgendwie Kredite vergeben haben und so weiter oder Anleihen gekauft haben, die plötzlich nichts mehr wert sind und so weiter und du wirkst die Wirtschaft ab. Also es ist eine saudume Situation. Und was ich so höre, auch von Kollegen, ist die, man rechnet damit, dass die Inflation runtergeht, aber dass wir irgendwann mal bei zwei Prozent landen werden, das wird schon noch eine Zeit lang dauern. Was heißt eine Zeit lang? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also nicht nächstes Jahr, sondern eher nicht nächstes Jahr und wahrscheinlich auch nicht übernächstes Jahr. So fünf Jahre plus. Das weiß ich nicht. Interpretiere ich jetzt mal so darin. Also auf absehbare Zeit wird die Gurke teurer. Das heißt, wir können uns heute mit Gurken bevorraten, sofern sie denn nicht schlecht werden würden über die nächsten zwei Jahre. Und du lehnst dich zurück und schaust zu, wie deine Schulden verschwinden. Das, dass du suggerierst, das ist natürlich als Unternehmer, das Inflationsthema, ist ein sehr komplexes. Also ich verstehe aus Finance-Sicht, ist halt, müsste ich jubeln, weil theoretisch zwei Prozent meines Schuldenberges, Quote und Quote, sich von alleine lösen. Aber dahinter steht ja ein Unternehmen, da sind Mitarbeiter, die brauchen irgendwie Gehälter. Wir haben Rohstoffkosten, wir haben Beschaffungskosten, wir haben tatsächlich Beschaffungsprobleme mit diesen ganzen Logistik-Struggles. Also ist hier jetzt nicht so, als wäre das, also ich verstehe den theoretischen Fall, dass ich jubeln müsste, aber ich stehe halt im Aldi und muss die scheiß Gurke bezahlen. Und halt Unternehmer sein ist halt komplexer mit allen Problemen, die eben da dranhängen. Aber du erhöhst auch deine Preise. Ja, das ist die große Frage, ob tatsächlich in unserem Markt, das ist sehr, sehr konkret jetzt, sind Preiserhöhungen sehr schwer durchsetzbar, würde ich jetzt denken. Das heißt, wir wollten eigentlich Preise senken und je nachdem, was du für Preise hast, also unser Kernprodukt kostet so 199 Euro, daraus 207 zu machen, ist halt psychologisch, blöd vielleicht gut, dann machst du eher 217 raus oder halt wie die Gurke, mache 400 Euro analog. Na okay, um dieses Sustainability-Thema so ein bisschen zusammenzufassen, du sagst, das Ziel von Sustainable Finance und allen Abgliederungen ist Kapital so günstig zu machen für Sustainable oder nachhaltige Unternehmen und dementsprechend teurer für nicht nachhaltige Unternehmen. Und wenn wir da regulatorisch, das heißt über den Staat und über Gesetze, die Voraussetzungen korrekt schaffen, passiert, wird die Welt automatisch ein bisschen besser dadurch, weil Unternehmen und Unternehmer automatisch nachhaltiger handeln. Die haben vorher gesagt, ich will einfach Geld verdienen. So, das sagen die heute ja auch immer noch. Ja, ist ja auch legitim. Bin ich vielleicht auch einer von denen. Das ist doch völlig in Ordnung. Und dann sagt man, dann versucht man quasi über das Sustainable Finance eine Umgebung zu schaffen und sagt, pass mal auf, ihr lieben Leute, die Geld verdienen wollt, hört mir mal zu, weil richtig Geld verdienen könnt ihr, wenn ihr was Nachhaltiges macht. Genauso ist es. Und dann sagen alle, Dagobert, Dax, wie ich, sagen, ah, okay, ist nachhaltig, nachhaltiger ist das neue Ding und werden sozusagen über die Umgebung, die durch dieses Sustainable Finance geschaffen wird, sei es jetzt über Nachhaltigkeitsbericht, sei es über eine Gesetzgebung, sei es auch im Ansehen der Öffentlichkeit gegenüber im Nachhaltigkeitsrecht mehr oder weniger dazu animiert, ich sage nicht gezwungen, sondern animiert, sich nachhaltiger zu verhalten. Genau. So. Das ist eigentlich schön. Das ist cool. Das ist doch fantastisch. Das ist die, jetzt haben wir eine sehr seltene Blickrichtung eingenommen, nämlich die des Unternehmers und aus der Wirtschaft. Lass uns mal die Perspektive switchen auf den Anleger. Ja. Das heißt, auf den, der ein normales Gehalt bekommt, nicht wie ich von der Inflation profitieren sollte, sondern der sich fragt, was mache ich mit meinem Geld und irgendwie Rendite dafür haben will, weil wir haben ja alle irgendwie eine Rentenversicherung, die ist in Deutschland umlagefinanziert, aber in vielen Ländern eben nicht. Wir haben auch kapitalfinanzierte Rentenmodelle, die eher selten sind. Es gibt hier Rürup-Rente und wie ist das damals? Riesda. Riesda, genau. Und die fragen sich, okay, ich möchte Geld investieren. Lass uns mal das ganze Sustainable-Ding erstmal weg. Ja. So, Reingeldanlage. Wie viel Geld bräuchte man, damit man nicht mehr arbeiten muss? Das hängt davon ab, was du brauchst, um zu überleben. Also jetzt sind wir in dieser Ecke, wo diese jungen Menschen, zu denen du gehörst, so die Frugalisten und so weiter, die rechnen ja vor, dass sie es schaffen mit, keine Ahnung, 600 Euro im Monat irgendwie zu überleben und den Rest sparen sie und dann können sie dann ausrechnen, wie lange es dauert, bis sie gar nicht mal arbeiten müssen, sondern eine ewige Rente haben, die dann aber 600 Euro beträgt. Und das wäre bei mir mit den vielen Kindern ganz, ganz anders. Schwierig. Ja, ich verstehe auch diesen Ansatz nicht so. Also ich finde, man sollte heute Spaß haben am Leben und nicht... Außerdem, ist das dein Anreiz? Also ich verstehe das tatsächlich nicht. Ich arbeite wahnsinnig gern. Mir macht mein Job total Spaß. Glaube ich. Glaube ich. Also du wirkst auch so, als würde ich das Spaß machen. Der tollste Beruf der Welt. Ich mache das echt gerne. Die Frage ist ja, wenn ich, als Beispiel, wenn ich meine Oma anrufe und sage, Oma, Mama, so ich sage mal, die Generation, normale Leute. Und sage, okay, ich will Geld anlegen. Wie mache ich das? Und dann sagt die eine, je nachdem von der Generation, ich sage mal Generation, meine Oma sagt, auf keinen Fall zu einer Bank bringen, sondern nämlich Socke. Socke ist das beste Ding. So, weil sonst macht die Bank zu, haben wir damals schon erlebt und haben wir jetzt lustigerweise auch in dieser ganzen Finanzkrise 2007, war dieser, diese Empfehlung, packst du in eine Socke und nicht auf irgendeine Internetbank, gar nicht so dumm. So Generation danach sagt, du musst das in einen Spar, nicht Sparplan, sondern auf ein Festzinskonto in jeglicher Form. Das gibt dann, damals gab das 2%, mal 3%, gibt es jetzt wieder 2,5%, glaube ich, oder so. und dann gibt es so diese Aktienleute und die sagen, pass mal auf, wir machen 400% Rendite, wenn du in Bitcoin und die richtigen Aktien, wir picken die, du kannst hier in den Aktiennewsletter reingehen. So, was ist denn realistisch und vernünftig, wenn man sagt, ich möchte Geld anlegen, mit wie viel Prozent Rendite kann man tatsächlich rechnen? Also, es gibt das magische Dreieck der Vermögensanlage, hast du sicher gelernt? Den Begriff kenne ich nicht, deswegen bin ich interessant. Also es sind 3 Sachen, die du beachten musst, das ist die Rendite, du willst eine möglichst hohe Rendite, Risiko, du willst möglichst geringes Risiko und Liquidität, du willst jederzeit an dein Geld wieder ran. Also das sind die 3 Ziele, die du verfolgt. Rendite, Risiko, Liquidität. Genau. Und das Problem ist, wenn wir jetzt die verschiedenen Optionen so durchgehen, eine Kröte musst du immer schlucken. Also wenn du dein Geld jetzt hier auf dem Festgeldkonto tust, dann hast du kein Risiko, du bist sehr liquide, kannst jederzeit ran, aber die Rendite ist halt mies. Und wenn du dein Geld jetzt in Bitcoins steckt, hast du vielleicht eine gigantische Rendite, Liquidität, könnte man diskutieren, aber eigentlich kommst du immer ran, aber das Risiko ist ebenfalls gigantisch. Und der Traum von jeder Oma, auch von deiner ist es, dass man irgendwie dieses Dreieck durchbrechen kann. Dass man die Anlage findet mit dem gigantischen Risiko, gigantischen Rendite und keinem Risiko. Und ich sage, das gibt es nicht. Dass die Kapitalmärkte funktionieren. Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, er hat es gefunden, dann entweder lügt er und will dich betrügen oder er hat keine Ahnung. In beiden Fällen nicht zuhören. Und was ist realistisch? Ja, das kommt drauf an, wie viel Risiko du bereit bist einzugehen, wie wichtig das ist, dass du schnell wieder ans Geld kommst. Wie, also ich weiß, dass es in Amerika ist ja kapitalfinanzierte Renten, Rente sehr, 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 sehr üblich, weil die kein umlagefinanziertes System haben. Und dieses, ich gebe meinem Geld einem Versicherungsanbieter ist auch eher unüblich. Es ist da üblicher, auch einfach selbst in Aktien zu investieren. Und da sagt man, da gibt es diese 4%-Regel, 4% des Vermögens, des Vermögens, kannst du dem Vermögen dauerhaft entnehmen, ohne dass das Vermögen weniger wird. Da gibt es noch welche, die sagen, ist eher nicht. Aber stimmt das oder ist das Quatsch? Ist das so bauernschlau oder kann man mit 4% rechnen? Ich habe es gar nicht verstanden. 4% kannst du dem Vermögen entnehmen? Entnehmen, also du kannst dauerhaft mit einer 4%-Rendite rechnen. Dementsprechend kannst du 4% deines Vermögens dauerhaft entnehmen und ich sage mal, Beispiel, wenn du eine Million hast, kannst du jedes Jahr 40.000 Euro rausnehmen. Ja, ich denke, das klingt für mich realistisch. Okay. Da musst du aber ins Risiko gehen. Also musst du Aktien machen, sonst kriegst du das nicht hin. Klar, genau. Aber es scheint ja so zu sein, dass wenn man, jetzt sind wir in der Finanzmathematik, nämlich Risiko kurzfristig ist was anderes als Risiko langfristig. Das heißt, wenn du Risiko in Volatilität messt, wenn du langfristig in den DAX investierst, auf 20, 30 Jahre, ist dein Risiko marginal und verzinst dich, ich glaube, im Schnitt der letzten 50 Jahre mit 9, irgendwas Prozent. Ich glaube, weniger, aber 8. Keine Ahnung. So, und wenn man aber ein 2-Jahres-Investment-Horizont hat, kannst du nicht mit 8% Rendite rechnen. Wenn du aber 20 Jahre hast, kannst du mit 8, 9, was auch immer, nicht was auch immer, aber in dieser Größenordnung rechnen. So, jetzt sagst du, 4% ist durchaus realistisch, 5% ist realistisch, aber in dem Moment, wo es einen langfristigeren Anlagehorizont gibt, ist doch das Thema Liquidität gar nicht mal so wichtig. Genau. Und das Thema Risiko wird kleiner über die lange Zeit. Right? Ja. So, das heißt, wenn wir mit, rechnen wir mal mit 5%, oder 4%, keine Ahnung. Ja, 4, 5%, ja. Das heißt, ich muss mich jetzt fragen, wie viel Geld brauche ich zum Leben? Und dann gibt es halt die Frugalisten, wie du sagst, die sagen, ich kann mit 600 Euro auskommen. Wie viel Geld brauche ich also, um quasi von 4% Rendite 600 Euro zu bekommen? Keine Ahnung, kann ich im Kopf nicht, aber das werden wahrscheinlich so 400.000 Euro sein. Weißt du, was total lustig ist? Ich bin auch Unternehmer. Fällt mir jetzt gerade ein. Es fällt dir gerade ein, dass du Unternehmer bist. Ja, weil wir haben ein Unternehmen gegründet, wir haben die Berechnungsmethode gemacht, wo wir genau das ausrechnen. Also wie du sparen musst mit so einem Plan und so weiter. Und jetzt willst du von mir wissen, wie das funktioniert und schau, ich bin Unternehmer, ich weiß es gar nicht. Weil die Kollegen, die Mitarbeiter haben mich da mit reingenommen, weil ich auch diesen Professorentitel habe. Aber tatsächlich ist das, was mich nicht interessiert. Also jetzt als Mensch, es interessiert mich nicht. Also ich finde diese Vorstellung, Geld zu sparen, damit ich mal irgendwann nicht mehr arbeiten muss, total absurd. Also ich mache das echt gerne, was ich mache. Also das ist ja die eine, also man kann ja Geld sparen, um nicht mehr arbeiten zu müssen aus verschiedenen Gründen, weil man zum Beispiel keinen Bock hat auf seinen Job. Das ist ja das Treffendste. Also wenn du halt YouTube oder Instagram oder TikTok anguckst, die Leute, die halt über Rendite reden, sind immer Leute, die keinen Bock auf Arbeiten haben oder auf ihren Job haben. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit irgendwie Krankheit, dann gibt es die Möglichkeit Familie, dann gibt es die Möglichkeit, keine Ahnung, Unabhängigkeit und Freiheit sozusagen. Das ist das, was die Kollegen in meiner Firma sagen. Wir sind zu fit und die sagen, die sprechen eben dieses Freiheitsding. Die sagen, ich würde weiterarbeiten, aber ich muss nicht mehr und allein dieses Gefühl ist es mir wert. Okay, fair enough. Genau. Und da würde man jetzt rechnen, ich sage mal, wir rechnen mit vier Prozent und dann muss man halt sich überlegen, was, wie viel Geld möchte ich haben. Wenn ich eine Million habe, dann wären es 40.000 Euro im Jahr auf einen Monat dann runtergerechnet, keine Ahnung, was sind das? 40.000 Euro kann kein Mensch ausrechnen. Ja, das ist 3.722 Euro über den Daumen. Aber dementsprechend mit zwei, drei Millionen mehr wären es halt eben zwei, dreimal mehr. Und aber die Hälfte davon wäre ja auch schon mal gar nicht uninteressant. Wenn du ja 500k hast, dann wären es dementsprechend 20k im Jahr. Das heißt, dann bist du so bei 1.700 Euro im Monat. So, das ist ja glaube ich der Ansatz zu sagen, wenn ich Unternehmensberater bin und so einen High-Paid-Job habe, dann kann ich auf 500k Vermögen kommen nach 15 Jahren oder so, wenn ich halt fugal lebe und dann könnte ich mit 1.700 Euro in Finanzrente gehen. Right? Ja. Und das ist was, was mich überhaupt nicht interessiert. Also ich höre dir zu, ich merke, wie du begeistert rumrechnest und ja. Du findest den Gedanken. Ich weiß zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die sich Kündigungsvideos angucken. Also es scheint so, sie ist nicht ein Trend, sondern quasi TikTok, Insta und so, wo Leute sagen, okay, heute ist der Tag, wo ich kündige, wo ich meinem Arschloch-Chef mal endlich die Meinung sage und das Kündigungsding, so und das, die Dinger gehen viral, weil es viele Leute gibt, die halt keinen Bock auf ihren Job haben und sich insgeheim wünschen, halt dieses Chef-Fuck-You zu sagen. Das ist ja unglaublich traurig. Habe ich auch gesagt, als ich davon gehört habe. Also ich habe ja keinen Chef, deswegen ist das schwieriger für mich. Aber es gibt diesen, ich sage mal, den Gedanke, Freiheit finde ich schon einen sehr faszinierenden Gedanken. Ja, vielleicht ist es das, weil ich bin ja verbeamtet sogar, aber ich fühle mich komplett frei. Also ich kann machen, was ich will. Das ist ja das Schöne bei uns. Professor ist ein Traumjob, kann ich nur empfehlen. Wir haben ja Freiheit der Forschung, Freiheit der Lehre. Das ist im Grundgesetz verankert und das bedeutet extrem überspitzt gesagt, ich kann machen, was ich will. Ja, also ich könnte auch gar nichts machen. Das bedeutet alles, also so sage ich mir das selber. Ich bin ja verbeamtet, dann passiert mir nichts. Also alles, was ich mache, mache ich freiwillig und ich arbeite sehr, sehr viel, bin sehr, sehr viel unterwegs und arbeite sehr, sehr viel und bin sehr, sehr viel unterwegs. Aber ich mache es, mir macht das Spaß und ich habe immer, aber ich weiß, wenn es mir zu viel werden würde, könnte ich es morgen lassen und könnte Dienstag Vorschrift machen und das ist Freiheit für mich. Ja, lustigerweise hast du dann doch diese finanzielle Freiheit, die die ganzen Leute auf YouTube und Co. ja suchen, ja schon erreicht. ist richtig. Nämlich, du kriegst ein regelmäßiges Einkommen und musst, ich sage mal, nicht dafür arbeiten, arbeiten wir übertrieben, aber, ich muss schon, also, genau, du kannst dich nicht komplett verweigern, aber, das ist ja die Frage, was Arbeit ist und für viele ist Arbeit etwas, was unangenehm ist, für dich ist Arbeit etwas, oder dein Job ist etwas, was für dich angenehm ist und du hast keine finanziellen Sorgen und von daher zu sagen, ich habe das eigentlich schon erreicht, deswegen ist jetzt für mich, ob ich jetzt noch irgendwo x Euro aus einer Finanzanlage bekomme, eigentlich egal. Das ist total spannend, Entschuldige, wenn ich das Wort falle, aber ich finde das total spannend, weil wir gehen jetzt so Richtung Glücksforschung, damit habe ich mich so ein bisschen beschäftigt, also was macht eigentlich glücklich Geld? Und weiß nicht, es gibt ja diese berühmte Studie von Caneman, Nobelpreisträger, der hat sich angeguckt, wie korreliert Glück und Einkommen, also wir hängen Einkommen und Glück zusammen und da kommt was Spannendes raus, nämlich, du wirst glücklicher, je mehr du verdienst, aber es gibt eine Obergrenze und ich weiß nicht mehr, es war sowas wie 120.000 Dollar, aber da muss man aufpassen, weil es in den USA ja alles anders, also 120.000 im Jahr irgendwie so und ab da passiert gar nichts mehr. Also das heißt, je mehr Einkommen, desto glücklicher, bis zu einer bestimmten Schwelle und dann ist völlig egal, ob du jetzt pro Jahr 100.000 Euro oder eine Million oder 10 Millionen verdienst, du bist immer gleich glücklich oder unglücklich und das macht für mich total Sinn. Also gerade Familienvater, jetzt musst du dir Sorgen machen, wie du deine Familie ernährst oder keine Ahnung, die Spülmaschine geht kaputt und es ist eine echte Katastrophe. Sowas macht unglücklich. Aber wenn ich weiß, jetzt ist die Spülmaschine kaputt und kaufe ich halt eine neue, dann bist du aus diesem Sorgen-Ding raus. Aber ob du jetzt dann noch, wie du vorhin gesagt hast, Porsche fährst oder ob es halt der alte Golf ist, das ist marginal. Also es macht sogar gar nichts aus. Ja, ich glaube, ich bin da nicht drin, aber ich habe mich da früher immer mit beschäftigt. Bist du so ein Statussymbole-Typ? Ich bin überhaupt kein Statussymbole-Typ. Aber ich mag zum Beispiel Autos. Also ich würde, wenn ich jetzt sage, nie eine Rolex kaufen, ist ja auch falsch, weil ich habe neulich einen Podcast gemacht mit jemandem, der sich sehr gut mit Uhren auskennt. Habe ich sogar in den Anfang gehört. Also mit Kai, genau. Und am Ende des Tages, Kai hat einen ganz klugen Satz gesagt. Und mein Bild war von Leuten, die ja Luxusuhren tragen, ist halt, ja, ja, ihr Angeber, ihr Ottos, ihr habt das nötig. So, das war mein Bild. So. Und meine Uhr hat irgendwie 350 Euro gekostet oder so. Also, und Kai sagte halt zu mir, wenn, du flext halt Bescheidenheit. So, ob du jetzt flext Reichtum oder du flext Bescheidenheit, das, du kannst dich nicht kommunizieren, aber mit der Wahl deiner Uhr sagst du etwas. Und es war ja genau das, was ich nämlich eigentlich aussagen wollte. Nämlich, ich habe das gar nicht nötig und ich bin viel cooler als hier Rolex Träger. Ja, das ist natürlich auch, auch bescheuert. Aber worauf ich zurück wollte, ist dieser, dieser Glückspunkt. Und ich glaube, dass relativ klar, und nicht was heißt relativ klar ist, sondern es gibt ein maximales Geldlevel. Ab dem ist Glück, wird das Glück nicht höher durch mehr Geld. Genau. Oder nur marginal. Weißt du, wenn du, laut der Studie gar nicht. Das macht keinen Unterschied mehr. Okay. Da kommt es aber, und da ist halt die Frage, ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich. Das Beispiel, wenn du in der Stadt wohnst und willst, also die meisten Leute, die eine Familie haben wollen, in irgendeiner Form ein Haus oder würden sich freuen, ein Haus zu haben. Wenn du am Land wohnst, kostet ein Haushalt 30 Prozent von einem Haus in der Stadt. So, das heißt, allein das Leben in der Stadt, wenn du sagst, ich möchte gerne in Köln wohnen, ist mir wichtig, in Köln zu wohnen, weil meine Freunde hier sind, macht schon Faktor 3 in Immobilien, Miete kaufen und so weiter. Und dann ist nochmal eine Frage, wie ist deine Peergroup, wenn alle deine Freunde sich jeden Freitag und Samstag in einem teuren Restaurant treffen, so dann zu sagen, ich kann da nicht mitgehen oder ich will da nicht mitgehen, ist natürlich scheiße. Aber du redest jetzt von der Schwelle. Also was du gerade sagst, die Höhe der Schwelle ist unterschiedlich. Aber dann, sobald man über diese Schwelle isst, dann macht es keinen Unterschied mehr. Also sobald du dir leisten kannst, mit deinen Freunden essen zu gehen, ist alles gut. Ob du dann nochmal drauf vier, fünf Tausend Euro verdienst, macht dann keinen Unterschied mehr, gibt dir kein zusätzliches Glückgefühl. Und ich glaube, vielen Menschen ist das nicht klar. Also sie denken, je mehr ich verdiene, wenn ich so Geld anhäufe, dann muss ja irgendwann mal automatisch das Glück kommen. Aber so funktioniert das mit dem Glück nicht. Ja, das sagen ja auch viele so Lottogewinner, dass in dem Moment, wo die halt mehr Geld hatten als alle ihre Freunde, sind die Freunde weggegangen. Es gibt, da gibt es auch Studien, also dass die meisten angeben, dass sie nach dem Lottogewinn unglücklicher waren als vor dem Lottogewinn. Also das Geld sogar unglücklich macht. Das ist natürlich schlecht. Das ist total bescheuert. Also Lottospielen ist ja eh bekloppt. Warum ist Lottospielen bekloppt, aus deiner Sicht? Ja, also weil ich zu viel mich mit Wahrscheinlichkeitstheorie beschäftigt habe. Also ich mache es auch immer so, ich versuche das immer so zu erklären im Hörsaal, dass ich sage zu den Studenten, ich weiß nicht, ob ihr hier irgendjemand Lotto spielt, aber ich hätte ein Angebot, nächstes Mal gebt euren Lottoschein nicht bei der Stelle ab, wo man das macht, sondern gebt ihn bei mir ab. Und ich weiß nicht, was es kostet. Was kostet so ein Lottoschein? Das war die Fangfrage. Zwei Euro, zehn Euro. Ich glaube, man kann halt pro Reihe, kommt ja auch darauf an. Also ich sage, ich verlange einen Euro weniger als die Lottoannahmestelle. Sparen Sie Geld, sollen Sie mir den Lottoschein geben? Und dann kommt immer die gleiche Frage, was ist, wenn ich gewinne? Dann sage ich, dann zahle ich das aus meinem privaten Vermögen, zahle ich dir den Gewinn. Und dann kommt die Frage, was ist, wenn ich eine Million gewinne? Und dann sage ich, wirst du nicht. Und dann sagen die, und wenn doch, wirst du nicht, wirst du nicht. Im Moment, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,99999% ja, aber für dich ist das halt genau das Agency-Problem, ist halt quasi genau die private Insolvenz. Okay. Nein, nein, der Punkt ist, dass wir Menschen, jetzt sind wir in der Psychologie, was wir Menschen überhaupt nicht können, ist Wahrscheinlichkeiten. Also wir reden alle über Wahrscheinlichkeiten, aber wir begreifen sie nicht. Also wenn du sagst, die Wahrscheinlichkeit, eine Million zu gewinnen, ist 0,01% irgendwie sowas, dann sage ich dir, es wird nicht passieren. Punkt. Ja. Und wir glauben irgendwie, doch, es gibt doch die ganz kleinen, nein, die Möglichkeit ist so klein, das wird nicht passieren. Es ist einfach so. Aber es kann ja passieren, es passiert ja Leuten. Aber wenn du eine Million Leute hast, dann werden von denen 0,01 Leute gewinnen. Das ist richtig. Aber das bist nicht du. Das weißt du nicht. Das ist ja die Hoffnung sozusagen. Gib deinen Lottoschein ab, jetzt bei mir ab. Ich bin total überzeugt davon, dass ich reich werde und du nicht. Ja, da gab es ein sehr gutes Geschäftsmodell, was genau das nämlich gemacht hat. Die saßen dann, ich weiß nicht, wo man da sitzt, auf irgendwelchen Inseln, die halt online Lottospiel angeboten haben. Und du hast halt auf die Zahlen der Deutschen, keine Ahnung, da gibt es ja Süddeutsche, Norddeutsche und so, gesetzt. Und du hast den, du konntest halt sehr komfortabel online der Lottospiel aus. Ich glaube, das geht auch, keine Ahnung. Und die haben quasi das Risiko getragen. Und dir das Geld ausgezahlt, wenn du gewonnen hättest. Aber dadurch, dass die das, dieses System, die haben quasi, das Finanzdienst, ein Derivat gebaut auf Lotto. Und haben gesagt, du gibst deinen Lottoschein bei mir ab. Wenn du gewinnst, zahlen wir dir das Geld aus. Aber, jetzt kommt der Kicker, du zahlst 20 Prozent weniger als an deiner lokalen Lottoannahmesteller. Haben super viele Leute halt dadurch angezogen, weil du kannst halt viel günstiger Lotto spielen. Und ja, haben damit sehr, sehr viel Geld verdient. Das nennt man Arbitrage. Genau. Genau. Richtig, Christian. Richtig, Herr Finanzprofessor. Du hast recht. Du hast recht. Ja, spannend. Wenn wir in diese, wir sind jetzt durch verschiedene Themen geritten. Tatsächlich auch sehr, sehr komplexe. Ich hoffe, wir haben hier. Also, wenn jetzt noch jemand zuhört, bin ich echt beeindruckt von deinen. Ja, du würdest dich wundern. Du würdest dich wundern, weil es so, ja, ihr seid noch da. Genau. Also, wenn jemand zugehört hat, dann jetzt bitte unten posten, dass ihr diese Stelle zugehört habt. Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche. Aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host-Deutschland zu werden. Und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt? Oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, ben-ungeskriptet. Oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke. Und jetzt geht es weiter. Das ist ein guter Punkt. Genau. Weil wir waren ja schon, die Gefahr ist immer, wenn sich zwei Menschen, die sich ein bisschen auskennen, du kennst dich halt viel mehr aus als ich. Aber wenn du sagst Arbitrage, sage ich ja. Aber wer weiß schon, was Arbitrage ist. So, wenn wir jetzt zurückkommen auf dieses, ich bekomme ein Gehalt, möchte irgendwie Geld anlegen, aber ich möchte gleichzeitig, dass das Geld positiv verwendet wird. Dann gibt es da, was tut man? Da gibt es da Produkte für? Gibt es was Fertiges? Also erstmal, wenn man ganz kurz theoretisch, wir hatten das Dreieck und jetzt kommst du zum Viereck. Jetzt sagen wir, es gibt Rendite, Risiko und Liquidität. Jetzt kommt auch noch dieses Nachhaltigkeits-Dingsbums dazu. Und Produkte gibt es da unglaublich viele. Also du kannst eigentlich jede Geldanlage, egal ob es jetzt um einen Fonds geht oder eine Lebensversicherung oder dein Girokonto, kannst du inzwischen eine nachhaltige Variante machen. Das sind dann halt unterschiedliche Sachen. Also das geht eben so los, dass einige sagen, wir investieren nicht in Atomkraft und Öl und Gas. Sonst ist alles ganz normal. Bis hin zu, wir versuchen wirklich durch gezielte Investitionen unsere Welt ein bisschen enkeltauglicher zu machen. Da gibt es die gesamte Palette, aber es gibt alles. Aber es gibt ja das eine, wir haben über etwas nicht tun gesprochen und dann haben wir etwa über halt proaktiv etwas tun gesprochen. Nur weil die nicht in Öl und Gas investieren, wenn ich jetzt Öl und Gas doof finden würde, heißt es ja nicht, dass die Welt dadurch besser wird, weil die Unternehmen keine ganz normale Unternehmen sind, die einfach keine Öl- und Gasunternehmen sind. Gibt es eine Möglichkeit, vernünftig profitabel zu sagen, das Geld, was ich denen überweise, ist quasi keine Spende, sondern das ist mein Invest und ich kriege da keine Ahnung, wenn ich sonst im DAX 8% bekommen hätte, kriege ich 7% oder einen Abschlag muss es geben vermutlich. Aber es gibt eben nicht nur die Rendite, also die monetäre Rendite, sondern einen positiven Impact auf die Welt. Ja, also das ist das ganz, ganz große Thema, das da draußen gerade passiert. Es gibt viele, es gibt, und das sind oft so die alten Hasen, also die Nachhaltigkeitsbanken und so weiter, die Fonds auflegen, die irgendwelche Produkte haben, wo sie sagen, hier versuchen wir wirklich etwas Positives zu generieren. Wir finanzieren hier gezielt grüne Startups, solche Geschichten. Ich finde es total spannend, dass du dann automatisch davon ausgehst, dass man damit einen Renditeverzicht verknüpfen muss. Das ist etwas, was gerade ganz viel diskutiert wird, ob das zwingend sein muss. Warum? Wenn ich eine Grundgesamtheit habe von, sorry für die Fachthemen, wenn ich einen Haufen Unternehmen habe, und ich habe 100 Unternehmen und kann mir auswählen, welche die besten Unternehmen sind. Genau. Und habe dann Rendite X. Und jetzt kommt der grüne Investor und sagt, pass mal auf, von den 100, 30 gehen leider gar nicht. Dann muss, dadurch, dass ich ja wenige Auswahl habe und ich vorher schon die besten monetären Unternehmen oder die besten monetären Unternehmen mir raussuchen würde, es ja am Ende des Tages ein schlechteres Finanzportfolio sein, weil ich habe ja 30 schon rausgeworfen, die sonst möglicherweise gut gewesen wären. Du hast in Portfolio-Theorie aufgepasst, ich merke schon. Keine Ahnung, das scheint mir so, ich würde sagen, es ist intuitiv, aber vielleicht ist es auch das. Es ist intuitiv. Tatsächlich ist das eine Sache, vor fünf Jahren sind alle in dem Bereich noch begeistert rumgelaufen, haben gesagt, bei uns ist das nicht so, weil wir schaffen es, die nachhaltigen Unternehmen rauszupicken und die sind viel weniger riskant und machen auch eine größere Rendite und so weiter. Und deswegen ist es bei uns im Portfolio nicht so. Und dann komme wieder ich und sage, wenn das so ist, warum gibt es dann die anderen Unternehmen überhaupt? Also es macht ja keinen Sinn. Also wenn wir uns darauf einigen, dass nachhaltig ganz toll ist und wenn die noch eine höhere Rendite machen, welcher Trottel investiert denn dann auch in die anderen? Das macht keinen Sinn. Aber ich bin da bei dir, also wenn wir jetzt wirklich sagen, das ist ein Fonds, der echt Wirkung erzeugen will und gezielt grüne Startups mit Geld zugleistert, dann muss es so sein, dass da das Risiko größer ist, weil wir beide wissen, grüne Startups, da ist die Wahrscheinlichkeit daraus gegeben, dass das Geschäftsmodell am Schluss doch nicht funktioniert. Ja, aber es gibt so Sachen, da könnten wir jetzt einsteigen, also einfach mal gucken, vielleicht so ganz technisch, die EU-Kommission hat ja ganz viel gemacht. Also vor fünf Jahren gab es ja noch nicht mal irgendeine Definition, was Nachhaltigkeit überhaupt ist. Da konntest du sagen, ich nenne meinen Fonds nachhaltiger Fonds und der heißt deswegen nachhaltig, weil wir nachhaltig nur in Atomkraft investieren. Das ist meine Definition von Nachhaltigkeit. Inzwischen gibt es da Regulierung und es gibt sogenannte Artikel 8 und Artikel 9 Fonds. Das heißt, jeder Fonds, der behauptet, er wäre irgendwie nachhaltig, muss ich einstufen, bin ich Artikel 8 oder Artikel 9. Und das müssen die auch ausweisen. Also wenn du dann im Internet dir das anguckst, da gibt es dann den Prospekt, da steht das dann groß drin. Das findest du sofort. Und Artikel 9 Fonds sind eben Fonds, die sagen, wir haben genau diesen Ansatz, wir wollen auch was bewirken. Artikel 8 sagt eben, wir machen irgendwas mit Nachhaltigkeit. Also vereinfacht gesagt, wir investieren zum Beispiel nicht in Atomkraft und wir investieren nicht in Waffen. Und Artikel 9, die sagen, nein, wir gehen gezielt wo rein und versuchen da mit unserem Investment was zu bewirken. Jetzt gibt es für DAX, S&P 500, für alle großen Aktienindizisten der Welt, Historie, die geht bis in die Jahrhundertwende oder tatsächlich zwei Jahrhundertwenden zurück. Da muss man ja sagen. Das ganze Thema Green oder nachhaltig ist ja noch neu. Also relativ neu. Es gibt keine 100 Jahre Daten und 100 Jahre Daten gibt es für viele Fonds. Oder nicht viele Fonds, sondern viele Indizes. Also eine Gesamtgruppe von Unternehmen, die größten Unternehmen eines Landes fasst man in so einem Index zusammen. Jetzt ist die Geschichte von wir verdienen Geld und tun gleichzeitig Gutes. Verstehe ich, dass die cool ist, aber wie sehr kann man den denn glauben, wenn man ja nicht 100 Jahre Historie hat? Okay, also tatsächlich ist es so, wir haben, als wir angefangen haben mit dem Thema vor fast zehn Jahren, Wahnsinn ist das lang her, haben wir uns auch gedacht, wir gucken jetzt als erstes an, wenn man sein Geld nur nachhaltig anlegt, wie viel schlechter man dann abschneidet, als wenn man es ganz normal anlegt. Und wir waren damals sehr überrascht, weil wir haben gemerkt, dass wir nicht die Ersten sind, die diese Idee hatten. Da gab es schon ganz viele Studien und wir haben nur Studien zusammengetragen, die wir gefunden haben. Es waren 35 und haben geguckt, was bekommen denn die raus und interessanterweise, jetzt weiß ich es selber nicht mehr, aber von den 35 haben nur sechs rausbekommen, dass du schlechter performst. Die meisten haben rausbekommen, dass du genauso gut performst und dann haben noch mal ziemlich viele rausbekommen, dass du sogar besser performst, wenn du nachhaltig anlegst. Also klar, in der Vergangenheit war es im Mittel so, dass du mindestens genauso gut performt hast mit nachhaltigen Investments wie mit konventionellen. Ein halbes Jahr später haben dann sehr hochgeschätzte Kollegen aus Hamburg eine ähnliche Studie gemacht, nur haben die viel mehr Studien zusammengetragen, die kommen aufs gleiche Ergebnis. Und das ist der Grund. Tatsächlich, diese Studien sind der Grund dafür, warum in der Praxis dann die Vormanager rumgelaufen sind. Schaut mal, die Wissenschaft hat gezeigt, wir wären super reich und machen Nachhaltigkeit dabei. Die Studie ist von mir. Ich bin da inzwischen sehr vorsichtig, nicht weil die Studie falsch ist, sondern weil wir uns überlegen müssen, was da dahinter steckt. Und jetzt kommen wir wieder, geht es hier um Weltretten und Wollsocken-Themen oder kann es da auch andere Gründe geben? Jetzt überlegen wir mal, wie so ein nachhaltiger Fonds funktioniert. Die meisten machen das so, nehmen wir wieder ein Thema, Klimawandel. Also ich bin jetzt der Fondsmanager und ich sage, ich mache einen Fonds und mein Thema ist Klimawandel. Klimawandel ist doof. Also investiere ich nicht in Öl, Gas und Kohle und ich investiere gerne in Windenergie und Solar und Tesla ist irgendwie auch cool und dann überlege ich ja, ich möchte ja noch auch andere Sachen investieren und dann überlege ich und schaue mir Amazon an und sehe, Amazon hat ein sehr ehrgeiziges 1,5 Grad Ziel und die wollen bald CO2-neutral sein, also investiere ich in Amazon. Die wird es ja noch geben, wenn irgendwann mal der Klimawandel aufgehalten wurde, wird es Amazon noch geben und dann schaue ich und dann sehe ich, Meta hat eine ganz tolle Nachhaltigkeitsstrategie und die wollen auch bald CO2-neutral sein, Microsoft ebenso und bei Alphabet, die werden wahrscheinlich das erste richtig große Unternehmen sein, die sogar CO2-neutral sind. Also investiere ich in diese üblichen Verdächtigen und dann habe ich nachher meinen nachhaltigen Fonds. Das war übrigens gerade kein Zufall, sondern die fünf Unternehmen, die ich genannt habe, die sind in den fünf größten Nachhaltigkeitsfonds, sind das die fünf größten Positionen. Meta, also Facebook, Alphabet, also Google, Microsoft, Tesla und fünfte, ach Amazon, genau. Die meisten Menschen sagen, hä, was macht, Amazon ist doch nicht nachhaltig, aber ich habe jetzt erklärt, wie die da reinkommen. Naja, wenn du es dir anschaust, gegen Klimawandel, da ist Amazon, richtet da keinen Schaden an. Also die, das ist das, die, die, meine, die Alternative wäre ja, du willst, dass es Amazon nicht mehr gibt, dann haben wir wieder unsere, dann, du kannst nicht nachmittags bei Amazon bestellen und nachher sagen, ich finde die aber nicht nachhaltig, das ist nicht logisch. Also wenn wir wollen, dass wir das zu einem nach Hause geliefert bekommen, dann ist Amazon der Anbieter, der sagt, ich bringe es mit dem E-Auto und ist deswegen besser als alle anderen. Das ist die Argumentation. Okay. Und jetzt pass mal auf, was jetzt eigentlich passiert ist, also ich nenne das jetzt, das läuft unter nachhaltig investieren, ich persönlich nenne das Risikomanagement. Weil das Einzige, was du gemacht hast, du hast gesagt, ich glaube, das Pariser Klimaschutzabkommen wird eingehalten und ich wette jetzt auf die Unternehmen, die dann noch entweder davon profitieren oder die es dann noch geben wird. Verstehst du, was ich meine? Also dieses Portfolio, das wir jetzt zusammengestellt haben, das sind alles Unternehmen, die in dem Fall, dass wir das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen, noch da sein werden. Es ist dann einfach keine gute Idee, in Öl und Gas und Kohle zu investieren, weil diese Unternehmen werden pleite gehen. Punkt. und ich behaupte, dass es in den letzten zehn Jahren einfach so war, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen, gestiegen ist. Und das haben die Kapitalmärkte so gesehen. Und deswegen wurden diese Unternehmen immer wertvoller. Die Wette auf das Pariser Klimaschutzabkommen ist aufgegangen. Und das Interessante ist, seit dem Ukraine-Konflikt sind die ganzen Nachhaltigkeitsfonds ziemlich abgestürzt, weil das Einzige, womit du letztes Jahr Geld machen konntest, ist Öl, Gas und Waffen. Und da sind die traditionell nicht investiert. Und meine Meinung ist, die traurige Wahrheit ist, dass das tatsächlich der Ukraine-Konflikt die Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen werden, zwei Grad zu erreichen, verringert hat. Okay. Komplex. Das heißt, ja, sehr. Das Pariser Klimaschotzziel sind zwei Grad, richtig? Eins, oder fünf Grad. Also, eins, fünf Grad und auf jeden Fall unter zwei. Unter zwei, okay. Das hat zur Folge Reduktion von CO2, dementsprechend Reduktion von CO2 kriegen wir nur hin über Abstand von fossilen Brennstoffen und so weiter. Jetzt zu sagen, okay, wenn das, das ist ja eine politische Wette, wenn das durchgeht, dann wird es diese Unternehmen noch geben, aber andere eben nicht. Und jetzt ist was passiert, was theoretisch niemand vorhergesagt, hätte vorhersagen können oder vorhergesagt hat, nämlich, dass es geopolitische Spannungen gibt. So, dann ist das der Fokus der Gesellschaft und der Länder und der Wirtschaft auf einmal gegangen auf, wir müssen irgendwie einen Weltkrieg aufhalten und weg von diesem Thema Nachhaltigkeit. Dadurch sind die Nachhaltigkeitsfonds abgeschmiert, sagst du, also drastisch an Wert verloren und die bösen Industrien, Öl, Gas, Waffen, haben gewonnen. Jetzt müsste man sich ja die Frage stellen, wie geht es jetzt weiter? Wenn man also an das Pariser Klimaschutzabkommen glaubt, ist ein, oder der Meinung ist, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit eingehalten wird, dann geht man in so einen Nachhaltigkeitsfonds. Wenn man der Ansicht ist, dass das nicht so ist, würde man eben nicht auf einen Nachhaltigkeitsfonds gehen, weil wenn in zehn Jahren die Politik sagt, das war jetzt eine ganz gute Idee mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, aber wir sehen, das macht viel mehr Probleme, als wir eigentlich bewältigen können, vergiss die Scheiße. Genau. Das ist ja ein substanzielles Risiko für so einen Investor, weil wenn die Nachfrage nach nachhaltigen Unternehmen, wie jetzt eine Meta, einem Elphabet und gerade auch einem Tesla zum Beispiel, Tesla finde ich ein sehr gutes Beispiel, steigt, steigt diese, ich nenne es mal die Hype-Überbewertung. Das heißt, ein Tesla war, als ich vor zwei Jahren mal geguckt habe, ich bin wirklich nicht drin, so viel Wert wie, ich glaube Mercedes, BMW und VW zusammen. Also und die haben halt irgendwie drei Autos auf Kreuz, da hat man auf der Straße in Deutschland noch keinen Tesla gesehen, aber die waren so viel Wert wie alle großen deutschen Autobauer zusammen. So, wenn man jetzt sagt, okay, wie viel, ist das eine vernünftige Bewertung oder wie viel Hype steckt da drin? Wenn man jetzt sagt. Sollen wir da einsteigen, weil ich finde das einen total spannenden Punkt. Genau das ist wieder Sustainable Finance, was wir vorhin besprochen haben. Tesla wird zugeschüttet von den Kapitalmärkten mit Geld. Und wenn du jetzt sagst, ist das ein Hype, also ist das eine Blase, ist das überbewertet? Dann ist ja die Idee, nein, wir wollen das so. Also wir wollen diese Unternehmen, die wir irgendwie für grün halten, nach oben pushen, weil die es aus unserer Sicht verdient haben, mit Geld zugeschüttet zu werden. Die spannende Frage ist jetzt für dich als Investor, wenn Tesla überbewertet ist, dann ist es eigentlich zu teuer. Das heißt, was du dann, wenn du nicht da unten eingestiegen bist, sondern da oben, mit Tesla Verdienst ist relativ gesehen eigentlich zu wenig. Nicht nur zu wenig, sondern die, wir sind wirklich auf einem negativen Thema. Die Gefahr eines drastischen Kursverlustes, also als Beispiel, als Rechenbeispiel, ich bin Auto, oder ich bin eine Bäckerei und verdiene jeden Monat 1.000 Euro, ich bin aber eine nachhaltige Bäckerei und deswegen sagt jemand, du bist so nachhaltig, das wird mega kommen, also ist deine Bäckerei 100 Millionen wert, weil die sich bestimmt irgendwie nachhaltig entwickelt und expandiert und die ganze Welt deine nachhaltigen Brötchen haben wird. Ist eine heiße Wette auf diese nachhaltige Zukunft, das kann aber sein, ich mache einfach Brötchen, die verdienen jeden Monat 1.000 Euro, das ist auf jeden Fall nicht 100 Millionen wert, das Ding. Machen wir jetzt so, tolles Beispiel, also wir sind die Bäckerei und die verdienen jedes Jahr 1.000 Euro, damit wir rechnen können, und irgendjemand hat diese Bäckerei, die gehört jemandem, die ist 100.000 Euro wert, also macht der jedes Jahr 100.000, 1.000, nee, 10.000. Das wird sehr kompliziert. Also der macht 10% Gewinn jedes Jahr, die ist 100.000 wert und der verdient 10.000. Okay, und jetzt heißt es plötzlich, hey, wir finden das so cool mit den nachhaltigen Brötchen, wir wollen alle an dieser Bäckerei beteiligt werden und die Bäckerei ist dann plötzlich 200.000 wert, verdient aber trotzdem nur 10.000 jedes Jahr, dann sind es plötzlich nur noch 5%. So, und jetzt ist die entscheidende Frage, warum ist das passiert? Weil die ganzen sich draufgestürzt haben und gedacht haben, nur weil es nachhaltig ist, werden dann die Brötchen teurer und dann werden die mehr verdienen? Oder ist das passiert, weil die sagen, ich finde das mit dem Nachhaltigkeit so toll, dass ich bereit bin, 5%, wo ich woanders 10 bekommen könnte, zu akzeptieren, einfach weil ich sehe, die machen was, was ich schön finde. Und wenn es das Zweite ist, dann ist das die Sustainable Finance Idee, dass wir sagen, das sind tatsächlich Menschen unterwegs da draußen, die sagen, ich bin bereit, auf Rendite zu verzichten, wenn das Unternehmen etwas macht, was ich gut finde, wenn das Unternehmen auf eine andere Art und Weise zur Erhaltung dieser Welt beiträgt. Ja, verstehe ich. Und jetzt, deswegen ist das so spannend, also auch wie du jetzt, du stehst jetzt da und sagst, sagen wir, sind die bekloppt, das sind nur Brötchen, das sind die konventionellen Investoren und da gibt es diese verrückten Grünen, die sagen, nee, das finden wir gut. So, und jetzt kommen wir auf die Bäckerei. Jetzt ist da die andere Bäckerei, die die ganz normalen Brötchen macht und die guckt drüber und sagt, hey, diese grüne Bäckerei, die wird da gerade zugeschissen mit Geld, die machen einfach nur, weißt du was, das machen wir jetzt auch. Und das ist die Theorie, und jetzt sind wir wirklich ganz tief drin, das ist die Theorie, die sagt, so könnte das Ganze funktionieren, so wird die Welt plötzlich viel, viel grüner, weil die Unternehmen sehen, es lohnt sich, in grün zu sein, denn da gibt es Bekloppte, die schütten dich dann mit Geld zu und es hätte dann mittel- bis langfristig die Wirkung, dass alle Unternehmen grüner werden und sich dann auch alles wieder anpasst mit den Preisen und so weiter. Ja, interessant, wenn ich auf die Gesamtwelt gucke, dann scheint mir das sehr sinnvoll zu sein, dass wir Kapitalströme so allokieren, dass eben die Welt irgendwie grüner oder was besser wird. Ja. Okay, wenn ich jetzt aber in den Einzelnen gucke, wir haben ja immer nur unser eigenes Leben unter Kontrolle und das auch nur in einem gewissen geringen Umfang. Wenn jetzt, keine Ahnung, meine Mutter, meine arme Mama hält hier mal als Beispiel her, die nicht in diesem ganzen Kapital... Herzliche Grüße, unbekannterweise. Die ist nicht in dem Kapitalmarkt-Thema drin. Also ich frage jetzt Benjamin, so dieses ganze Nachhaltigkeit ist total toll, ich möchte mich da engagieren und ich möchte, ich habe jetzt quasi meine Rente, theoretisch, es gibt keinen, ich habe beispielsweise keine umlagefinanzierte Rente, sondern ich muss irgendwie für mein Alter vorsorgen, will das mit Kapital machen. Sollte ich auf so ein Sustainable, in so ein Sustainable-Fonds gehen und da würde ich jetzt die große Gefahr sehen, dass für alle Menschen und die Planeten und die Welt ist es gut, wenn genau das passiert. Nämlich wir haben die Bäckerei, also die nachhaltige Bäckerei, die wird mit Geld zugeworfen, die normale Bäckerei sagt, das mache ich jetzt tendenziell auch, weil wir sehen ja, was da passiert. So die Downside ist, wir kaufen alle diese nachhaltige Bäckerei, die wird abstrus bewertet und wir haben so ein riesiges Klumpenrisiko, dass wenn das Pariser Klimaschutzabkommen irgendwie dann doch nicht kommt, dass mein Wert der Bäckerei halt drastisch, beide Bäckereien sind quasi auf dem Papier, verdienen das gleiche Geld, aber die nachhaltige Bäckerei ist zehnmal mehr wert. Also dann verliere ich 90 Prozent meiner Anlage und zu sagen, ich gehe dann nur auf diese Sustainable-Dinger, wäre mir so rein von, so bauchgefühlmäßig nicht klug, kluger wäre es zu sagen, hey, wir machen so eine Beimischung, sondern wir machen ein Teil Sustainable und wenn das nicht funktioniert, oder wenn es da große Korrekturen gibt und Paris kommt nicht oder ich habe mich da irgendwie vertan und irgendwie kommt es da doch anders, dass man sagt, hey, ich will aber auch die konventionelle Bäckerei haben, weil damit ist mein Risiko insgesamt geringer und ich kann auch gar nicht abschätzen, wie groß das Risiko bei diesen nachhaltigen Dingen ist, weil die so überbewertet sind. Also das ist doch völlig okay, kannst du ja machen, du kannst ja diversifizieren, du kannst ja dein Geld verteilen, wie du willst, aber nochmal, du hast dir das Risiko jetzt sehr einseitig dargestellt, das andere hast du ja auch, wenn jetzt das Pariser Klimaschutzabkommen klappt, dann fliegen uns die ganzen Ölunternehmen um die Ohren. Also vielleicht mal, um das Beispiel deutlich zu machen, wenn Pariser Klimaschutzabkommen sagt, wir bleiben unter zwei Grad, da kann man ausrechnen, das ist die Carbon Bubble, die ich jetzt beschreibe, wie viel CO2 wir überhaupt noch verbrennen dürfen. Und es gibt ein sehr schönes Bild, das ich jetzt mal versuche zu beschreiben, was mir, wo mir plötzlich klar geworden ist, was es eigentlich geht. Wenn du alles Öl, alles Gas und alle Kohle, die wir kennen auf der Welt, nimmst und auf einen großen Haufen wirfst, dann entsteht unglaublich viel CO2. Kugel, ja. Und wenn wir jetzt ausrechnen, wie viel CO2 wir überhaupt noch verbrennen dürfen, dann ist es genau ein Fünftel davon. Das bedeutet, von allen Öl-, Gas- und Kohlevorräten, die wir kennen, dürfen wir überhaupt nur noch ein Fünftel aus dem Boden holen. So, jetzt ist aber von dem, was wir kennen, über die Hälfte steckt in irgendwelchen Bilanzen von Ölunternehmen drin. Und wenn wir das verstehen, also ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich es verstanden habe, das bedeutet, dass diese ganzen Ex-Mobile, und wie sie alle heißen, in ihren Bilanzen Öl, Gas drin haben, was wir gar nicht mehr verbrennen dürfen. Das also eigentlich nichts wert ist. Und es gibt da Musterrechnungen, dass so die Ölunternehmen so ungefähr, wenn wir uns das Pariser Klimaschutzabkommen halten, ungefähr die Hälfte an Wert verlieren müssten. Und das ist ein gigantisches Risiko. Und vor der Erkenntnis, das war eben der Moment, als viele gemerkt haben, ach du Scheiße, das ist ja wirklich ein richtiges Risiko. Das sind Unternehmen, die können uns komplett um die Ohren fallen. Und dann sind viele da ausgestiegen, haben nicht mehr Öl und Gas investiert. Das wurde dann nach außen verkauft. Und das ist ja auch okay, wir machen Divestment, wir boykottieren das jetzt. Es ist aber total rational, wenn du daran glaubst, dass wir das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen. Was war der größte Börsengang, den es je gegeben hat? Vermutlich Rockefeller irgendwann. Saudi Aramco. Saudi Aramco, okay. Also in Saudi-Arabien hat die gesamten Ölvorräte verkauft. Das war der größte Börsengang vor drei Jahren, glaube ich. Mich hat das echt fasziniert, weil die ganze Welt aufgeregt und Wahnsinn und alle haben da investiert. Und ich denke mir mal, die Saudis, die sind so schlau, die haben den Mist noch schnell verkauft. Weißt du, was die mit dem Geld machen? Die nachhaltige Energie fördern vermutlich. Genau, richtig. Die bereiten sich vor auf Wasserstoff, Grünwasserstoff. Das wiederum ist scheinbar clever. Das ist total clever. Ja, weil je mehr man sich diversifiziert, desto geringer wird ja das Gesamtrisiko. Das heißt, wenn ich 100 verschiedene Unternehmen habe, ist mein Risiko geringer, als wenn ich nur 10 verschiedene Unternehmen habe. Und wenn ich jetzt zurückgehe auf deine These mit, es ist möglich, also wenn ich, das ist anders. Ich verstehe, wenn ich dich richtig verstehe, verstehe ich dich wie folgt. Nämlich, das Investment in nicht nachhaltige Unternehmen ist stark risikobehaftet, weil wenn das Pariser Klimaschutzabkommen durchgeht, dann werden die massiv an Wert verlieren und die galten immer als die sichere Bank für alle. Und das Ding hat auf einmal jetzt Risiko. Das ist das erste Mal in der Geschichte von Ölunternehmen. Normalerweise haben die Öl aus dem Boden geholt. Das hatte immer einen Preis, der erst mal fluktuiert. Aber das ist ein relativ nachvollziehbares Geschäftsmodell. So, jetzt haben aber auch die nachhaltigen Unternehmen das Risiko, dass das Pariser Klimaschutzabkommen eben nicht eingehalten wird. So, das heißt, aus einer Investorensicht macht es eigentlich, ja, wenn ich mein Risiko minimieren will, am meisten Sinn, wenn ich keine Erwartungen an die Zukunft habe. Also ich setze nicht auf Klimaschutzabkommen kommt oder nicht, sondern ich will möglichst, ich will einen ruhigen Ruhe-Stand haben. Ich möchte mein Geld irgendwie investieren. Dann macht es doch tatsächlich so gerade Sinn, ich sage mal so 50 Prozent über den Daumen nachhaltig zu machen, 50 Prozent nicht. Das heißt, wenn das Klimaschutzabkommen durchgeht, dann profitiere ich halt von den above average, von den hohen, von den hohen, above average returns heißt, von den hohen Zahlungen aus den nachhaltigen Sachen. Wenn das nicht durchgeht, profitiere ich davon, dass Öl und Gas doch noch kommt. Und das heißt, ich hole mir eigentlich, wenn ich sage, ich will nur nachhaltig investieren, ein Klumpenrisiko ins Portfolio. Nämlich, wenn ich jetzt meine, wir gehen zurück zu meiner Mutter, ich sage dir, investiere mal nachhaltig und gucke aber Nachrichten, je nachdem, was mit dem Pariser Klimaschutzabkommen ist. Weil wenn das nicht durchgeht, hast du ein richtiges Problem. Ja, also was du gerade erklärst, ist Portfolio-Theorie, Markowitz-Nobelpreis. Und die Aussage ist, wenn du richtig, wenn du investieren willst und dein Risiko dabei minimieren willst, dann investiere einfach in alles. Dann kauf alles, was es gibt, weil dann bist du optimal diversifiziert. Das Marktportfolio nennt man das. Also völlig egal, ob grün, braun oder böse, gut. Wir kaufen einfach alles. Okay? Und das ist vollkommen okay. Okay, was wir jetzt sagen bei Sustainable Finance ist, aber ich bin ja auch Mensch. Verstehst du? Also ob ich jetzt das Pariser Klimaschutzabkommen als Grundlage nehme und darauf wette, dass es passiert, weil ich glaube, dass es passiert, oder weil ich mir so sehr wünsche, dass es passiert, spielt doch gar keine Rolle. Also ich werde Sustainable, ich werde nachhaltig anlegen, weil ich wirklich will, dass unsere Welt sich bitte so entwickelt. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, es hat dann irgendwann mal in ein paar Jahren vier Grad mehr und überall ist Wasser und die Polarkappen sind geschmolzen und unsere Kinder sind sauer auf uns, warum wir nichts getan haben und so weiter, dann möchte ich doch nicht dastehen und dann sagen, hey, aber wenigstens mein Portfolio ist gut gelaufen. Also diese Option gibt es für mich als, ich bin ja auch so ein Optimist, gibt es überhaupt gar nicht. Aber was du sagst, ist vollkommen richtig, aber eben die Überlegung, wir wollen doch nicht auf eine Zukunft wetten, die wir gar nicht wollen. Es geht aus meiner Sicht gar nicht so darum, auf eine Zukunft zu wetten, die wir nicht wollen, sondern die wir nicht beeinflussen können. Nimm jetzt mal das Beispiel des Ukraine-Konfliktes. Den wollte jetzt keiner. Wenn ich jetzt mein Geld komplett in nachhaltige Anlagen gesteckt hätte vor Ukraine, dann kommt Ukraine. Ich wollte, dass Paris durchgeht. Ich wollte Ukraine nicht. Das klingt immer so, mein Portfolio ist nur die Hälfte wert, aber ich habe auf einmal im Alter nur noch die Hälfte der Rente, wenn wir das mal so plastisch machen. So, ist mir das das wert, dass ich nur die Hälfte Rente habe, weil jetzt irgendwas Geopolitisches passiert, was ich nicht arrangieren kann und vielleicht ist es nicht meine Rente, sondern vielleicht ist es die Bildung meiner Kinder. Und dann sage ich, Kinder, ja, sorry, also das mit dem Studieren geht leider doch nicht, weil da ist geopolitisch was passiert. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass wir in einer friedlicheren Welt leben, aber A, leben wir jetzt, und das dann wieder klumpen, in einer unfriedlicheren Welt, weil wir hier auf einmal Krieg haben und B, könnt ihr leider nicht studieren gehen, weil wir kein Geld dafür haben. Kinder ist ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du Kinder, hast du Kinder? Zwei Stück, ja. Aber die sind noch ziemlich klein. Fünf und sieben. Ach süß, ja. Also meine sind schon ein bisschen größer, ja. Wenn ich meinen Jungs sagen würde, pass mal auf, euer Studium ist so teuer und deswegen investiere ich nur in Öl, Gas und so weiter, dann werden die sagen, hey, Papa, hast du einen an der Waffel? Also, und ich glaube, deine Kinder werden das später auch mal sagen. Also diese Aussage hier, weil die Idee ist ja eben auch, und darüber haben wir ja vorhin geredet, dass du mit deiner Investition etwas bewirkst. Every investment has an impact. Also du bewirkst was mit deiner Investition. Also wenn du in Öl, Gas und so weiter investierst, unterstützt du das ja auch. Also es ist so eine self-fulfilling prophecy. Und die Idee ist ja gerade, wenn wir jetzt alle plötzlich auf der ganzen Welt anfangen würden, unsere Gelder nachhaltig anzulegen, dann gäbe es einen riesen Crash, ja. Dann werden plötzlich alle nicht nachhaltigen Unternehmen von einem Tag auf den anderen verschwunden. Und wir hätten das, was wir uns anscheinend wünschen, von einem Tag auf den anderen erreicht. Also da kommst du mir jetzt nicht so richtig raus. Ja, verstehe ich. Die Frage ist immer, was ist einem Menschen tatsächlich wichtig? Und ich würde denken, dass die Themen, die mir, also was den meisten Menschen, also mir sowieso, aber den meisten Menschen primär wichtig ist, ist es halt irgendwie Familie, Freunde, Gesundheit, so Kinder. Also meine Kinder sollen ein gutes Leben haben. So und jetzt ist halt die Frage, okay, das Leben deiner Kinder kannst du ein bisschen schlechter machen, dafür kostet das den Planeten ein bisschen was. So und das ist ja so ein Abwägen. Das ist ja nicht nur, wir zerstören den Planeten und hier Kinder, ihr kriegt alles. Oder andersrum. Sondern es ist halt so ein Abwägen, okay, vielleicht ist es dann, Beispiel, jetzt doch kein Studium, dafür geht es dem Planeten so ein bisschen besser. Aber es ist halt so ein Reinfühlen in eben zwei konträre Ziele. Ich will die maximale Rendite oder ich will das maximale Geld, sozusagen ich will die maximale Rendite für meine Kinder oder ich will, dass es dem Planeten so wahnsinnig gut geht. Wenn meine Kinder zu mir sagen würden, ja, wir würden gerne studieren, aber dann sage ich, nee, wir haben leider kein Geld für. Aber guck mal, wie gut es dem Planeten geht. Sagen die vielleicht auch, ja, Papa, also wirklich, ist das jetzt das Thema? Ich würde gerne Schauspielerin werden, was auch immer. Das kann ich jetzt nicht, weil es dem Planeten gut geht. Also es ist ein schwieriges Thema. Aber die Aussage ist doch, wenn es dem Planeten schlecht geht, geht es auch deinen Kindern schlecht. Das glaube ich nicht. Das ist deine Meinung. Da sind wir jetzt unterschiedlicher Meinung. Aber ich kenne halt die Szenarien, wie es ja ausgucken wird, wenn wir voll in den Klimawandel reinfahren und da ist eben die Annahme, dass dann deine Kinder ganz andere Probleme haben werden, als ob genug Geld für das Studium da ist. Die werden nicht sagen, Papa, danke, dass du mir das Studium finanziert hast, weil deswegen war es das wert. Das ist die ja. Ja, also das eine ist ja was sehr Menschliches, nämlich Probleme, die nicht da sind. Da ist man meistens auch nicht dankbar für. Also wir sind zum Beispiel jetzt nicht wahnsinnig dankbar, dass hier jetzt Wasser auf dem Tisch steht. Das ist in Regionen der Erde, wer Wasser, boah, ist das halt mega wichtig. Aber wir kennen halt die Abwesenheit von Nahrung nicht. Deswegen ist das für uns klar, was essen. Das gleiche mit Schmerzen. Und dementsprechend, wenn ich meinen Kindern sage, ja, seid doch mal dankbar, dass es den Planeten noch gibt, wegen dem Papa mehr oder weniger, sage ich, aber ich will doch Schauspielerin werden. Klar geht es dem Planeten gut. So als Beispiel. Und dann ist ja nochmal die Frage, das ist ja mittlerweile schon wirklich eine politisch komplexe Frage. Wem geht es denn dann wirklich schlecht? Die Vermutung ist ja, dass es den reicheren Ländern eher gut geht und den ärmeren eher schlecht. Da sind wir wieder beim nächsten Kernproblem. Der Klimawandel ist maximal ungerecht. Also wenn du es dir anschaust, Klimawandel ausgelöst haben die reichen Staaten, also wir. Momentan sind es vor allem die Schwellenländer, also China, Indien und so weiter. Gar nichts dafür können die, ich glaube, darf man noch Entwicklungsländer sagen? Ich weiß es nicht. Bei mir kannst du sowieso alles sagen. Also die Entwicklungsländer, also die wirklich armen Länder. Wer wird betroffen sein? Vor allem die armen Länder. Afrika, Katastrophe. Also es ist wirklich absurd, wenn du es anschaust, die, die absolut nichts dafür können, werden am meisten getroffen sein. Das bedeutet, und das ist deine Argumentation und die ist nachvollziehbar, aber nicht besonders nett. Scheißegal, ja. Aber du kannst es ja noch weiter treiben, weil die Diskussion, wo wir uns auch mal ehrlich machen müssen, ist, das Problem, und wir haben das ja vorhin schon kurz angesprochen, ist ja nicht Deutschland, sondern das Problem sind die Schwellenländer. Das sind Indien und China und so weiter. Und wir können, und jetzt ist ja die absurde Überlegung, wir stellen uns jetzt hin und sagen, passt mal auf, liebe Welt, wir sind irre reich geworden durch das Verbrennen von CO2. Weil das lernen wir jetzt gerade auch in Deutschland durch den Ukraine-Konflikt. Warum geht es uns so gut? Weil wir so billige Energie hatten und die verbrennen konnten. Das ist der ganze Grund. Deswegen haben wir so einen hohen Wohlstand. Jetzt stellen wir uns hin, sagen zur Welt, wir sind richtig reich geworden, das ist cool, aber jetzt haben wir gehört, das ist nicht so gut, deswegen hören wir auf, das mit dem CO2-Verbrennen und ihr auch. Also wir stellen uns jetzt hin und sagen, China und Indien dürft ihr nicht mehr. Und dann sagen die, sagt mal, habt ihr einen an der Waffe? Schaut mal, wie gut es euch geht, wir wollen das auch haben. Genau. Und das ist total fair. Und wenn du das dann weiterdenkst, musst du sagen, na ja, eigentlich, denen ihre Wende, die Transformation zur Klimaneutralität, die müssen wir bezahlen. Oder wir müssen wenigstens was beitragen, weil es ist einfach eine Frage der Fairness. Wir brauchen ja echt auch eine weltweite Umverteilung, dass wir sagen, ein bisschen was von unserem Reichtum müssen wir darüber schieben, damit die die Transformation schaffen, denn es ist eine Aufgabe der Menschheit. Da müssen wir solidarisch zusammenhalten. Ja, als du gerade gesagt hast, wir sind nur deswegen so reicher geworden, weil wir so billige Energie haben, würde ich sagen, sehe ich anders. Weil unterschiedliche Länder, also der Energiepreis in nicht einmal allen europäischen Ländern war die letzten 50 Jahre, 100 Jahre ungefähr gleich. Trotzdem gibt es sehr arme europäische Länder und sehr reiche europäische Länder. Das heißt, es kann nicht nur am Energiepreis gelegen haben. Das Gleiche gilt, Energie war mehr oder weniger global auf der Welt, hat das Gleiche gekostet. Also ein Öltanker, Öl hat einen globalen Preis, ob der jetzt nach China fährt, ob der nach Indien fährt oder nach Hamburg fährt, kostet der das Gleiche. Aber das ist eine Industrienation. Also wenn du dir die anschaust, ist ja auch spannend, wenn man sich da reinfuchst, CO2-Ausstoß und so weiter. Wir Deutschen denken immer so an Verkehr. Der Verkehr spielt ja gar keine Rolle. Es sind ja drei Industrien. Es ist Stahl, Beton und Zement. Und wir, ich glaube, der größte Stahlhersteller in Europa ist Deutschland. Und ich glaube, weltweit sind wir Nummer drei oder so. Das heißt, ja, wir sind massiv schwer Industrie. Also wir sind, wenn wir sagen, das ist so KUKA und wie sie alle heißen, ThyssenKrupp, das sind die deutschen Unternehmen, die uns Wohlstand gebracht haben. Das sind genau die Unternehmen, die jetzt dann massive Probleme haben werden. Also ich sehe das schon so. Und das ging, weil wir so günstige Energien hatten, weil wir halt Kohle hatten, dass wir verfeuern konnten und Öl und Gas. Ja, aber das hatte Portugal auch in Griechenland. Okay. Also ich will nur sagen, wir müssen auch, also es ist nicht so, als hätten die Generationen unserer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern sind morgens aufgestanden und denen ist sozusagen das Geld da um den Kopf gefallen. Definitiv nicht. Die haben hart gearbeitet. Aber kommst du jetzt in diese Ecke rein, weil wir da, wir haben jetzt ewig lang hart gearbeitet, jetzt dürfen wir es auch genießen. Nee, das sage ich überhaupt nicht. Das sage ich überhaupt nicht. Ich sage lediglich, dass der, wir sind nicht deswegen zur größten Volks, oder zweitgrößte, wir waren lange zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, weil wir so billige Energie hatten. Das hatten alle andere auch. Sondern irgendwas müssen wir gemacht, richtig gemacht haben. So, dass jetzt, dass das mehr oder weniger, nee, was ist mehr oder weniger, sondern aus heutiger Sicht ungerecht war, weil damals CO2 keinen Preis hatte. So, und heute sagen wir, das hätte eigentlich einen Preis haben müssen. Genau. Und das haben wir damals umsonst bekommen. Richtig. So, und jetzt wollen wir einen CO2-Preis einführen, weil das ja so gerecht ist. aber den müssen halt jetzt dann die, die Schwellen oder die Entwicklungsländer bezahlen, die halt noch viel mehr CO2 emittieren, wenn die sich eine Industrie aufbauen wollen. So, dass das nicht global nicht fair ist. So, verstanden und bin ich voll bei dir. die Frage ist halt, was machen wir mit dem Wissen, dass wir auf, ja, wenn ich jetzt, ja, wie formuliere ich das jetzt richtig? ähm, alle Industrienationen sind mit, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt durch, aber mit billiger Energie groß geworden. Jetzt kostet Energie mehr und irgendwie müssen wir, und die Schwellenländer wollen das jetzt auch. Die sehen unseren Wohlstand, die sehen die amerikanischen Filme, die sehen, wie geil das Leben sein kann, wenn man, jeder hat ein Auto, keine Ahnung. und jetzt sagen wir, ja, Autofahren ist nicht so gut, also Zugfahren ist besser, außerdem braucht ihr gar nicht so viel zum Leben, ähm, verstehe ich, dass das irgendwie schwierig ist. Und, aber gleichzeitig ist alle, aller Wohlstand der Welt immer aus Innovationen gekommen. So, mit billiger Energie, verstehe ich. Und, was ich jetzt so erlebe in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion, ist, dass wir sagen, das Thema Innovation gibt es eigentlich gar nicht mehr, sondern, ähm, wir, wir, was wir machen, ist, wir nehmen unseren Wohlstand und sagen, der ist, der ist irgendwie moralisch schlecht. Oder, es hat Geschmäckle, wenn wir Wohlstand haben, weil wir den durch diese billige Energie bekommen haben und jetzt müssen wir was zurückgeben. Das, das sehe ich. Aber, dass wir jetzt quasi, ähm, so diese Verbotskultur, ja, Verbotskultur ist auch gar nicht das Thema. Du merkst, ich habe Schwierigkeiten, meine Gedanken zu ordnen. Ja, äh, soll ich mal einsteigen? Steige, steige mal ein, ja. Du hast ein paar spannende Sachen gesagt, die ich jetzt aber schon wieder vergessen habe, weil es so viel ist. Verbotskultur, ja, die Frage, also, was du gerade beschreibst, ist das Kernproblem, ist ein politisches Problem. Und ich bin ja ein total naiver Mensch. Ich denke, wir sind Demokratie, also, ich würde mir wünschen, dass man mal einfach das alles erklärt, die Wahrheit sagt, passt mal auf, so und so sieht es aus und dann stimmen wir ab, wollen wir es machen, Klimawandel aufhalten oder nicht und dann kommt das raus und dann macht man es halt, ja. Was ich wahrnehme, ich habe auch gerade viel mit Politikern zu tun und so, die denken halt in diesen Vierjahreszyklen und wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, pass mal auf, jetzt kommt, das wird jetzt ein bisschen unangenehm, wir müssen da jetzt was machen, das wird was kosten, ihr müsst da ein bisschen verzichten, und dann kommt einer von der Opposition einer anderen Partei und sagt, wir kriegen das hin, ohne dass sie verzichten müssen und alle wählen den. Was ein ganz herber Dämpfer zum Beispiel war auch, Stichwort Klimaschutz, war vor ein paar Jahren, kannst du dich erinnern, in Frankreich die Gelbwesten? Ja. Weißt du noch, gegen was die protestiert haben? Ich weiß nur noch, was die Gelbe Westen dann hatten. Gegen was haben die protestiert? Keine Ahnung. Benzinpreise. Okay. Das war Macron, also Macron ist ja, man kann ja, ich finde Macron schon beeindruckend, weil der sich traut, viele unangenehme Sachen einfach zu machen. Okay. Und in Deutschland hatte man damals in der Politik wahnsinnige Angst, also das hat man nicht laut gesagt, aber dass wir in Deutschland auch so eine Gelbwestenbewegung bekommen und deswegen hat man da auch so, was da so geplant war, erstmal gestoppt und ein paar Sachen auch nicht mehr ausgesprochen und das ist einfach, was ich als Wissenschaftler mal lernen darf, entsetzt ist, das ist einfach politische Realität. Ein paar Sachen gehen anscheinend nicht und ich habe zum Beispiel auch die Woche gehört, das Wort Verzicht, das, ich überlege gerade, wie ich es umschreiben soll, also eine politische, es waren halt die Grünen, dass anscheinend bei den Grünen intern auch gesagt wird, sie dürfen dieses Wort Verzicht nicht mehr benutzen, weil das bei den Wählern irgendwie halt so, oh, die Grünen, die wollen jetzt, müssen wir auch noch was verzichten und so, wählen wir nicht mehr. Also versuchen die, ihr Framing irgendwie zu ändern und weg von dem Wort Verzicht zu kommen. und das sind so Sachen, das frustriert mich dann, weil ich denke, lass uns doch mal die Wahrheit sagen und dann machen wir es oder wir machen es nicht. Was glaubst du, was passieren würde, wenn man die Wahrheit sagen würde? Also ich bin, das ist mein Problem, ich bin ja ein vollkommener Optimist, ich glaube, die Menschen wären vernünftig. Ich glaube, die würden sagen, okay. Vernünftig heißt ja schon, für mich müssen wir vorsichtig sein. Also es gibt ja durchaus zwei kluge Meinungen zum Thema. Also man könnte sagen, hey, das ist zu teuer, die Klimaziele sind gut, aber die sind zu teuer und man kann sagen, die Klimaziele sind gut und der Preis ist gerechtfertigt. Ja. So, und ich sehe noch nicht, dass eine der Meinungen die bessere, klügere Meinung ist. Ich verstehe, dass du einer Meinung bist, aber ich verstehe noch nicht, dass die anderen jetzt doof sind. Ja. Also es gibt ökonomische Studien, ich kenne auch Menschen, die das ausgerechnet haben, die rechnen dir vor, dass es günstiger ist, den Klimawandel aufhalten, aufzuhalten, als ihn kommen zu lassen. Also es macht ökonomisch einen Sinn. Das Problem, das du hast, ist das Zeitproblem. Aufhalten musst du jetzt bezahlen, die Folgen des Klimawandels, das machen dann unsere Kinder. Das ist das Problem, das wir haben. Aber rein rational, ökonomisch gesehen, macht es Sinn, jetzt das Geld auf den Tisch zu legen und den Klimawandel aufzuhalten. Die Gegenposition ist die, zu sagen, also wir haben ja heute, macht Klimawandel eigentlich kein Problem. Ich verstehe, dass Unwetter und so, dass es heute ein bisschen Probleme macht, aber in Geld ist das Problem verhältnismäßig klein. Das eigentliche Problem kommt halt in 30, 40, 50 Jahren. Es geht los, es geht los. Also es gibt, und das hat auch viele erschüttert, die ersten Geschichten, dass in Deutschland Immobilien nicht versichert worden sind. Also Neubau, die haben keine Versicherer gefunden, weil zu nah am Wasser gebaut. Und Unternehmen erzählen eben Probleme mit der Lieferkette, weil irgendwelche Unwetter und so weiter und man führt es auf den Klimawandel zurück. Also es geht gerade los, dass die ersten Unternehmen auch wirklich die physischen Risiken spüren. Wir reden die ganze Zeit über Klimawandel, wir könnten auch über Biodiversität reden, aber dann wird es noch komplexer. Lassen wir mal kurz das Argument zu Ende führen. Also das Argument pro, ich nenne es mal pro Klimawandel Rettung, um es mal einfach zu machen ist. Wir werden in der Zukunft ein massives Problem haben. Das fängt vielleicht heute schon an, aber das massive Problem haben wir in der Zukunft und haben unsere Kinder slash die Kinder unserer Kinder. Also lasst uns heute Geld in die Hand nehmen und heute dafür sorgen, dass dieses Problem in Zukunft nicht eintreffen wird. Die Gegenseite sagt, also pass mal auf, vermutlich werden wir da Probleme haben, das sieht uns auch so aus. Was wir aber nicht verstehen ist, oder was weiß ich nicht, wir werden zukünftig Probleme haben in 30, 40, 50 Jahren. Lass uns aber nicht die Probleme, die wir in 50 Jahren haben, heute bezahlen, sondern das sind hypothetische Probleme, die wir wissen nicht, ob wir die haben werden. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, aber lass uns lieber heute das Geld sozusagen verleben und dafür und nicht einem hypothetischen Zweck in der Zukunft zuordnen, sondern lass uns anstelle heute das Geld zu sparen, wir geben es lieber aus und wir hoffen, dass Innovation beispielsweise das Thema lösen wird. Das kann man auch irgendwie fördern, aber diese Reduktion von Ausgaben, Reduktion von Konsum führt in die Volkswirtschaft, führt zu einer schrumpfenden Volkswirtschaft, schrumpfender Wohlstand, schrumpfender Wohlstand, also wir bezahlen quasi mit dem Wohlstand von heute die Klimasicherheit der Zukunft und das scheint für manche keine kluge Position zu sein, sondern lieber zu sagen, pass auf, wir wollen den Wohlstand erhalten und wir sind nicht bereit, unseren Wohlstand abzugeben und wir glauben, dass das der klügere Weg ist. Das hast du richtig gesagt, das sind die zwei Positionen. Ich glaube auch, dass bei der nächsten Wahl in den USA es genau darum gehen wird, das war gerade Republikaner versus Demokraten, das sind die zwei Positionen. Ja, so ist es und dann stimmen wir darüber ab und gucken, auf was sich die Menschheit denn einigt. Zumindest für vier Jahre, das ist ja auch so lustig, dann hast du vier Jahre Vollspending, dann hast du vier Jahre wieder, wir müssen alle auf Wärmepumpe und Co. umstellen, dann wird das nach fünf Jahren, jedes Gesetz in Deutschland kann ja gekippt werden. So, das ist hier Atomausstieg, das ist 15 mal rein, raus, rein, raus, rein, raus. Einen Punkt möchte ich noch sagen, weil du das gesagt hast mit den Innovationen, ein Detail. Es gibt ja eben diese Klimapfade, also wo genau drin steht, was, wenn wir was machen, wird was passieren und wie warm wird es dann. In diesen ganzen Prognosen ist bereits Innovation drin. Das heißt, da steckt schon als Annahme drin, dass wir in 1, 2, 3, 4, 5, 10 Jahren eine Technologie finden, werden, die irgendwie CO2 aus der Luft raussaugt. Also das ist vielen nicht klar, aber das steckt da schon drin. Also sich zurücklehnen und zu hoffen, dass irgendein Startup kommt, die eine tolle Maschine erfinden, ist leider da schon eingepreist. Ich weiß nicht, wer den Satz gesagt hat, aber ganz famous Satz ist, Voraussagen sind irgendwie schwer zu, Voraussagen sollte man nicht trauen, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Und die komplexere Position dazu ist, dass ein Klima-Forecast so ein multivariates Forecasting ist, dass, wie das Klima in 50 Jahren ist, kaum jemand vorhersagen kann. Wir konnten ja noch nicht mal dieses Ukraine-Ding vorhersehen und das war halt innerhalb von, also manche Leute haben gesagt, dass sowas könnte kommen, die sich damit beschäftigt haben und dann zu sagen, okay, wenn wir jetzt ein Modell machen auf 50 Jahre, vor 70 Jahren hatten wir einen Weltkrieg, mehr oder weniger, da sind so viele Unbekannte drin, die das Ding so stark drehen könnten, dass wir nicht auf einer möglicherweise unzuverlässigen Schätzung heute harte Einschnitte und harte Entscheidungen treffen sollten, sondern eher sagen, lass uns mal hoffen, dass es gut geht. Nicht, lass uns mal hoffen, ich glaube, das wäre jetzt zu ins Lächerliche gezogen. Aber die Frage ist, du sagst, es gibt Studien, die das genau auflisten und da gibt es Leute, die sagen, ja, die Studie ist aber, das ist zu komplex, das kannst du gar nicht richtig geforecastet haben. Es ist brutal schwer, also ich bin Ökonom, ich habe davon keine Ahnung, aber ich kenne Menschen, die das machen und wir haben die Diskussion, das ist ja auch nicht neu, die gibt es ja schon seit 20 Jahren und wenn du sagst, 50 Jahre in die Zukunft, wir reden von 2050, das ist inzwischen nur noch 30 Jahre in die Zukunft und die Leute, die ich kenne, die so Potsdam-Institut für Klimaforschung oder wie das heißt, zum Beispiel Arbeiten, die sagen, es ist inzwischen ziemlich klar, also erstmal, dass der menschgemachte Klimawandel real ist, also er findet statt, das gibt es ja immer noch Stimmen, die das... Gibt es da glaubwürdige Stimmen, die das immer noch ablehnen? Ja, also glaubwürdige kenne ich keine, aber das ist in den USA, gibt es ja durchaus in der republikanischen Partei auch Gouverneure, die das tatsächlich behaupten und auch ihre Politik danach ausrichten. Also in den USA gibt es ja jetzt eine ganz gruselige Bewegung, die eben versuchen, in einigen Bundesstaaten den Fonds zu verbieten, nach nachhaltigen Kriterien anzulegen. Warum gibt es das denn? Das ist... Ich meine, wenn du es rational siehst, wenn du sagst, das mit dem Klimawandel ist fake, sind fake news, dann zählt genau dein Argument. Dann sagst du, du machst hier, machst hier Klumpenbildung und so weiter, das sind Pensionsgelder, die da angelegt werden, wir verbieten BlackRock, dass die weiterhin auf solche Aspekte Wert legen. Aber Moment, verbieten die grundsätzlich einen nachhaltigen Fonds aufzusetzen. Ja, also die sagen, wenn ihr das weitermacht, dann ziehen wir unsere Gelder bei euch ab. Und wenn du es anschaust, BlackRock, das ist ja total interessant, Larry Fink, der Chef von BlackRock, der schreibt ja jedes Jahr einen Brief und vor drei Jahren war das, glaube ich, zum ersten Mal, dass er auf dieses Nachhaltigkeitsding gegangen ist und alle waren total überrascht. In seinem letzten Brief kam das Wort Nachhaltigkeit nicht mehr vor. Und der Grund ist der Ärger, den BlackRock gerade hatte in den USA mit republikanischen Gouverneuren. Verrückt. Ja, das ist wirklich krass. Als ich das letzte Mal den Namen BlackRock gehört habe, war das halt sehr aus einem, das ist somit der bösesten Unternehmen der Welt. Das ist ja der größte Investmentfonds der Welt oder einer der größten Investmentfonds der Welt. Und das war, als ich damals noch in der Thematik war, so die Bösen sowie BlackRock. Und heute schreibt BlackRock über Sustainability hätte vor zehn Jahren vermutlich niemand für Möglichkeiten. Das ist lustig. Und als dann das Ding mit Sustainable Finance größer wurde, und es waren ja immer Konferenzen, du hast immer die gleichen Leute getroffen, wir waren da so, eine Community, es war sehr, sehr nett und plötzlich kamen neue Leute und die hatten plötzlich so dunkle Anzüge an. Das war BlackRock und die ganzen Wirtschaftsprüfer. Die Wirtschaftsprüfer sind da früh gekommen und die sind da massiv, die stellen wie verrückt Leute ein, die irgendwas, die Sustainability buchstabieren können. Warum? Es geht jetzt ganz viel um Berichterstattung, CO2-Daten und so weiter. Am Ende des Tages wird das jemand prüfen müssen. Also die bauen massiv auf, weil die wissen, dass das Nachhaltigkeitsdingsbums für sie ein interessantes Geschäftsmodell wird. Was okay ist. Warum hat das mit dem CO2-Handel nicht funktioniert? Jetzt, man war, also wieder meine Wahrnehmung, man war halt ein bisschen zu großzügig. CO2-Handel bedeutet, du sagst, das ist die Menge CO2, die ausgestoßen werden darf. Wir machen da jetzt ein Papier, da steht drauf, wie viel du ausstoßen darfst. Und wenn du es nicht brauchst, kannst du es verkaufen und wenn du mehr brauchst, kannst du es kaufen. Und dann hast du es kontrolliert. Das funktioniert aber nur, wenn du glaubhaft machst, dass du nicht, wenn die Zettel ausgehen, plötzlich neue druckst und wenn du auch regelmäßig wieder Zettel aus dem Markt gibst. Und das war anscheinend nicht wirklich glaubwürdig. Jetzt gerade im Moment zieht man ja nach und jetzt geht es richtig los. Also wir werden wohl auch in den nächsten Jahren sehen, dass die Preise da wahnsinnig steigen und dann werden auch einige Sachen automatisch teurer werden. Zum Beispiel Autofahren. Okay. Tatsächlich habe ich, als ich jahrelang studiert habe, hatte ich eine Vorlesung Carbon Finance. Ach was, damals schon. Ja, was heißt damals, also ich mal ein MBA gemacht habe, so lange, ich weiß nicht, das ist auch fast schon zehn Jahre her. Nein, Gott. Aber sag es keinem. Da warst du sieben Jahre alt. Ja, genau, genau. Da war ich sieben Jahre alt. Nee, aber das war damals schon ein Thema, was halt irgendwie spannend war. und zu sagen, wir schreiben einen Preis auf die Verschmutzung der Erde. Ja. So, das ist ja am Ende. Und das kann ja nicht sein, dass jemand die Erde für umsonst verschmutzt, wenn die Erde keinen Preis hat. Das ist halt schlecht. Dann lass uns Verhalten ändern dadurch, dass wir eben das bepreisen. Die Erde, man verschmutzt die immer ein bisschen. Ja. So, da einen Preis drauf zu schreiben, macht eben, dass der Markt das reguliert. Genau. Die Idee war irgendwie toll. Und dann ist das Thema irgendwie, ja, war irgendwie, also zumindest aus meiner Bubble, ist es halt rausgegangen. Also das ist das, was ich vorhin gesagt habe, das ist die First-Best-Lösung. Wenn wir das machen würden, hätten wir es gelöst. Es ist noch nicht draußen. Das Problem ist ja, du musst das weltweit einführen, weil es hätte zum Beispiel zur Folge, dass Stahl tierisch teuer wird. Und wenn jetzt in Indien, die auch sehr viel, die machen glaube ich am meisten Stahl auf der ganzen Welt, wenn die jetzt halt das nicht machen mit dem Karben, dann kostet der Stahl plötzlich nur ein Drittel von, europäischen Stahl oder amerikanischem Stahl und du siehst es der Stahlplatte nicht an. Klar. Und die Lösung ist, die besprochen wird, ist eben dieser Klimaclub. Also das bedeutet, wenn es die ganze Welt nicht schafft, dann müssen wir halt schaffen, ein paar große Player, die sich zusammentun. Und das sind angeblich, die da miteinander reden, sind Europa, die Vereinigten Staaten und China. Und dann, wenn die sich einigen würden, okay, wir ziehen das jetzt durch, dann wäre das der Karbenklapp und man macht da so eine Art unsichtbare Mauer außenrum und dann werden Karbensteuern bezahlt, Karben-Taxes. Das bedeutet, wenn dann Indien kommt mit diesem Stahl, der, wo das nicht berücksichtigt wurde, dann müssen die, wenn die da rein wollen in diese Länder, wenn die da exportieren wollen, Steuern bezahlen auf CO2-Einheiten. Das ist etwas, was besprochen wird. Das ist aber doch ganz schön. Das ist total cool. Aber dann schon wieder kam der Ukraine-Konflikt und plötzlich gibt es da nochmal ganz andere Interessenlagen und es verschiebt sich ja weltweit auch, schau Indien, hochinteressant, wie die sich jetzt alle positionieren und so. Das ist schon echt spannend. Ja, interessant. Wie auch der Fokus einfach in der Zeit geistig verschiebt. Ja, aber dazu auch was. Ich habe mal einen Vortrag gesehen, ich habe hier vor allem über die Carbon Bubble referiert, also wo es darum geht, welche, am Ende des Vortrags ging es darum, welche Branchen, welche Unternehmen und aufgepasst, welche Länder am meisten getroffen sind, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen werden. Also ganz klar, Ölunternehmen kannst du vergessen, aber jetzt rat mal, welches Land weltweit am stärksten davon betroffen wäre, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen und zwar im negativen Sinne. Vermutlich USA? Nein, Russland. Ah, okay. Weil Russland, alle anderen Länder können ja irgendwie umstellen. Russland hat anscheinend nur fossile, also Bodenschätze, fossile Brennstoffe und sonst haben die nichts. Also es ist auch klar, seit zehn Jahren oder so, Pariser Klimaschutzabkommen ist für Russland eine absolute Katastrophe, weil die sonst nichts haben. Also das, und wir sehen das ja jetzt alles. Ich meine, Russland profitiert finanziell von dem Ukraine-Konflikt, weil jetzt Öl und so weiter, Gas überall in die Welt verkauft werden, die Preise sind gestiegen. Also Russland hat absolut kein Interesse daran, ökonomisch gesehen, dass Pariser Klimaschutzabkommen klappt. Es wäre, wie sieht denn die Welt aus, also in Zukunft, wenn wir das machen, CO2-Neutralität, wir haben eine Stahlindustrie in Deutschland, das kriegen wir gar nicht hin. Also du brauchst so viel Strom, das kann nicht funktionieren. Deswegen Wasserstoff. Wasserstoff ist ja nichts anderes als eine Batterie. Da wird Strom produziert und dann machst du Wasserstoff und dann kannst du es transportieren. Wie wird es dann funktionieren? In Marokko werden dann in der Wüste Riesenfelder mit Solarpanels aufgestellt. Dann machen die da Wasserstoff draus und das geht dann per Pipeline oder per Schiff, deswegen ja die LG Terminals, wie die heißen, zu uns rüber und dann werden bei uns dann hier mit diesem Wasserstoff wird dann Stahl produziert. Aber wenn du dir das mal weiterdenkst, das wird komplett das Machtverhältnis auf der Erde verschieben. Also so weg von den alten Energielieferanten zu Playern, die du jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hast. Also Südamerika, ein paar Länder, Marokko wird ganz, ganz wichtig werden, einfach durch diese Lage, weil die ja in Afrika viel Platz haben und nahe an Europa dran sind. Das sind geopolitische Geschichten. Verrückt. Das heißt, bis vor, ja vielleicht noch aktuell, wurden ja viele Kriege geführt für Öl und Gas. So die ganzen Irak, Afghanistan und Co. Dann hat Saudi-Arabien sehr viel Macht, weil die halt Öl und Gas haben und wenn das nicht mehr so wäre oder wenn der Öl- und Gaspreis oder wenn es einfach nicht mehr so attraktiv wäre, wenn das kein Bodenschatz mehr wäre, dann kommt auf einmal ein Marokko um die Ecke und wer weiß, die Erfahrung lehrt ja, wenn man, also sehr platt gesagt, wenn man einen Bodenschatz oder wenn man einen Schatz in seinem Land hat, dann könnte es schon mal sein, dass da Leute mit dem Kampfstädt vorbeifliegen und das Land irgendwie versuchen einzunehmen und Co. Das heißt, auch dass die geopolitische Machtsituation sich so verschieben wird, dass wir uns das vermutlich heute gar nicht richtig vorstellen können, wie die Welt in 30 Jahren aussieht. Aber so vor dem Hintergrund kannst du dir ein paar Sachen gut erklären. Also Saudi-Arabien haben wir angesprochen, Saudi-Arabien zieht da eine riesen Wasserstoffindustrie hoch und schau, was die USA gerade machen mit diesem Inflation Reduction Act. Das heißt ja, Was ist das? Kenne ich mich? Die USA haben gerade ein gigantisch großes Gesetz umgesetzt und die ganze Welt ist jetzt auf einmal geschockt, die da nicht mitmachen, vor allem Deutschland, die haben das verpennt, das war schon klar. Also es läuft unter Inflation Reduction Act, also offiziell Inflation Reduzierung, aber eigentlich ist es ein gigantisches Anreizsystem, unter anderem in dem Bereich Klimaneutralität, regenerative Energien und so weiter. Also was da gemacht wird, ist, da wird sehr, sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, um Innovation zu fördern und es ist auch gewollt, man versucht weltweit die Startups und so weiter abzuwerben, in die USA zu kommen. Deswegen ist Deutschland so sauer, aber die hätten ja mitmachen können oder vorher was sagen können, aber jetzt ist das Gesetz da und in Deutschland gibt es durchaus Unternehmen, die jetzt überlegen, ob sie in die USA gehen und zwar genau die, die die Zukunftstechnologien von morgen entwickeln im Bereich Klimaneutralität und so weiter. Sehr, sehr spannend, muss man sich angucken. Das ist, was ich schon ironisch finde, ist, dass jemand Staatsausgaben betitelt mit Inflation Reduction Act. Sehr lustig. Eigentlich das Gegenteil, was das machen soll. Normalerweise, wenn ich die Geldmenge erhöhe, gibt es halt mehr Inflation, aber wenn ich die Geldmenge erhöhe und damit irgendwie einen Wert schaffe, gibt es halt vermutlich weniger. Es ist überspitzt gesagt das Gegenteil von dem, was wir in Europa machen. Also wir versuchen es über Regulierung und Verbote und die Amis nehmen halt ganz viel Geld und werfen es auf die Industrie und sagt, hier bekommt ihr Geld, wenn ihr da irgendeine Lösung dafür findet. Das sind die zwei verschiedenen Ansätze. In zehn Jahren werden wir sehen, wer Recht hatte. Doof ist es nicht, was die Amerikaner da machen und das könnte ja auch hier ein großes Problem werden. Aber was ich eben sehe, die Amerikaner sagen auch, okay, dieses Ding kommt, wir wollen das machen und jetzt sind wir da ein bisschen hinterher. Macht nichts. Wir machen die Geldschatulle auf und die werden dann ganz schnell aufholen. Das ist übrigens auch der Grund, warum Joe Biden gesagt hat, sich jetzt ja zur Wiederwahl stellt, unter anderem, weil er es geschafft hat, diesen Inflation Reduction Act durchzukriegen, was aus politischer Sicht ein riesen Erfolg ist. Joe Biden stellt sich zur Wiederwahl, das ist an mir vorbeigegangen. Das ist gestern, oder war das? Okay. Ist ja verrückt, weil der schon als der sein Amt angetreten ist, gefühlt 150 war. Ich glaube, der ist 180. Ja, das ist ja Wahnsinn. Biden gegen Trump, oh Mann, die kommen dann beide mit dem Rollator, das kann man sich auch überhaupt nicht vorstellen. Ja, der Trump kann ja immer noch laufen. Ja, der ist ja auch, wie viel jünger, jünger, fünf Jahre oder so. Ist das so? Ja, okay. Dass die so alt sind, ja verrückt, ja und die machen dann doch sehr wichtige Geschäfte und Regulare. Aber hallo, das ist schon erstaunlich, dass die da so komisches Personal haben da drüben für so wichtige Jobs. Ja, bei uns sagt man, nach 65 kannst du nicht mehr arbeiten und ich will eher schon mit 50 raus und da wirst du halt mit 85 Präsident. Und man macht die zweite Runde, es ist echt erstaunlich. Wann sind in den USA Wahlen? Nächstes Jahr glaube ich schon. Oh wow. Oder? Nächstes oder übernächstes Jahr. Jetzt geht dann, die Pre-Elections gehen jetzt dann irgendwo, ich glaube, oder ist es übernächstes Jahr? Müssen wir jetzt kurz googeln. Tendenziell, also nächstes Jahr macht, also ich meine, der Biden ist ja auch schon lange Präsident. Dann ist es nächstes Jahr. Wahrscheinlich eher nächstes Jahr und wenn er sich zu, ich meine, fairerweise, wenn der sich zur Wiederwahl stellt in drei Jahren, macht in so einem hohen Alter vielleicht gar nicht so viel Sinn, sich heute zur Wiederwahl zu stellen. Wenn du halt 90 bist, zu sagen, ja, wenn ich in drei Jahren fahre ich dahin in Urlaub, würden alle mit den Augen rollen und sagen, fahr lieber heute. Aber wenn er sich zur Wiederwahl stellte, also dem ansprechen wird es wohl eher nächstes Jahr sein. Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Ich habe viel verstanden, Christian. Echt? Also glaube ich. Ja. Ich frage dich nachher ab. Also es gibt eine Note. Kriege ich eine Note. Nee, also ich merke, wie passioniert du in diesem Thema sustainable bist. Und ich meine, sustainable finance sind ja zwei Worte. Ja. und ich, wenn du dir eins aussuchen müsstest, was, welches würdest du dir aussuchen? Oh, ich liebe die Kombination. Also muss ich mir jetzt wirklich eins aussuchen. Ich liebe die Kombination. Es ist echt faszinierend, wenn du dich da rein fuchst und dann eben diese Zusammenhänge, die wir heute besprochen haben, das ist schon cool. Das ist schon cool und das ist was Neues. Ich mag mich nicht entscheiden. Magst du nicht entscheiden? interessant, weil wir haben ja viel mehr über sustainable, also zumindest aus meiner Sicht, also über sustainable gesprochen, also über finance. Finance ist ja auch verhältnismäßig klar. Gibt es halt Geld, gibt es irgendwie Zinsen und verteilt es an A, B, C. Da könnten wir schon noch zwei Stunden weiterreden, glaube ich. Ja, wir sind schon fast zweieinhalb Stunden in. Ach du, Kacke. Verrückt, wir sind hier in einer anderen Zeitzone, hier geht alles immer irgendwie ein bisschen schneller. Riss im Raumzeitkontinum. Ja, wahrscheinlich, vermutlich. Hast du noch was auf der Seele, was du loswerden möchtest? Ich danke dir für die Einladung. Total nett hier, hat mir sehr gut gefallen. Sehr gerne, sehr gerne. Mich würde wirklich interessieren, ob es Menschen gibt, grundsätzlich ja, du wärst jetzt der Erste, wo das niemand bis zum Ende hört. Aber vielleicht hier ein zweiter Aufruf, wenn ihr das hier seht und hört, schreibt doch gerne mal einen Kommentar. Der Christian freut sich und der glaubt nicht, dass es euch wirklich gibt, sozusagen. Euch gibt es gar nicht. Ja, check, check sozusagen. Christian, herzlichen Dank. Ich danke dir. Und alles Gute. Ich bin gespannt, wo das Thema dich noch hinführt. Ja, es geht erst richtig los. Also das Thema wird groß und die Finanzwelt hat es kapiert. Jetzt kommt es in der Realwirtschaft an. Also das wird ein richtig großes Thema und das ist für mich eine wahnsinnige Ehre, dabei sein zu dürfen und von solchen Leuten wie dir eingeladen zu werden. Oh, wow, wow, wow. Okay, das jetzt hier genug Fishing, noch gegenseitig Kompliments und so weiter. Danke sehr, Christian. Alles Gute. Ciao. Dankeschön. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen. Ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen. Das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich in Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben. Wir sehen uns beim nächsten Mal.